Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Was geht? Alles. Dave, du auch hier, Alter. Mensch, hab ich grad versteckt und komm jetzt gerade vorgesprungen. Dave, halt das Haus. Mit dir hab ich gar nicht gerechnet heute. Ja, Überraschung. War ziemlich kurzfristig irgendwie gestern abgequatscht, oder? War sehr kurzfristig abgequatscht, aber wir sind ja spontan. Oh ja, voll gut. Den Dave können wir immer irgendwo dazwischenklemmen. That's what she said. Ja, wir haben ja letztes Mal ja schon gesagt, ich bin wie der Sandwich, so der Teil in der Mitte. Heute willst du ja nicht Sandwich sein. Nee, stimmt. Hast du dich aus dem Sandwich fein rausgezogen. Das stimmt, aber ich hatte einen Vorschlag gemacht, den gemeinschaftlichen Film Sandwich-mäßig in die Mitte zu packen. Der meinte, aber Gess will ja lieber, dass der am Ende aufscheint. Das macht halt das Punkteraten spannender. Ach, das ist die inhaltliche... Ja, okay. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, du bist Autist. Nee, aber es ist halt spannender, wenn man nachher nochmal kreuz und quer redet. Okay. Und wenn da Lee weit vorne ist, kann es sein, dass sie das noch dreht. Selten, aber es wäre die Möglichkeit. Du taktierst also auch ein bisschen. Nein, aber so autistisch bin ich jetzt auch nicht. Wir können ihn auch in die Mitte packen. Das hat Lee mal wieder maßlos übertrieben. Nein, nein, der Autismus-Verwurf kam von mir. Ach, der kam von dir? Ja. Ich habe es auf eine einfache Neurose geschoben. Das ist nett. Siehst du? Classic Dave hält mir also in den Rücken, wenn ich mal nicht da bin. Gut zu wissen, gut zu wissen. Wieso sieht das aus? Autismus ist eine Beleidigung? Naja, was heißt Beleidigung? Du attestierst hier einfach irgendwelche Probleme ohne medizinisches Diplom. Ich habe das letzte Woche schon festgestellt, aufgrund der Literatur, die im Hause Lee Richter existiert, dass hier als dein Gegenüber eher der Fachexperte für Psychologie und Krankheitsbilder existiert, als ich jetzt hier mit meinem Amateur von Leidenwissen. Von wegen, Alter. Jetzt geht es ja los. Dave, why are you doing this to me? Was ist da los? Kann ich immer zu dir kommen, wenn ich irgendwie eine Frage habe, oder? Ja, unbedingt. Wie hieß nochmal der Autor? Er wirkt aber nicht so wie eine medizinische Wachkraft, weil er bewegt sich wie eine grazine junge Ballerina heute. Wobei er hat eine Eigendianose durchgeführt und pumpt sich ja selber schon mit Schmerzmitteln voll. Das ist auch einfach ein Erfahrungswert, Mann. Das ist so wie aus den 70ern diese Ärzte, wo du so reinkommst und die rauchen so Kekko und Husten. Du kommst mit deinem Kleinkind. Genau, du kommst mit deinem Kleinkind. Und die spucken erst mal in den Papierkorb so, weil sie irgendwie den Raucherhusten abhusten. Den Raucherhusten abhusten. Schön mit einem Glas Whisky auf dem Tisch, ja. Das waren auch Zeiten. Aber Gers, hast du den Namen gemerkt von dem Autor, von dem ja Lees Partnerin so begeistert war, wo sie das Buch auch doppelt haben? Nee, habe ich mir nicht gemerkt. Und den Sohn hast du den… Ja, das hat ja eine Bewandtnis. Aber warum reden wir jetzt darüber? Seit wann unterstellst du mir irgendwie Kompetenz in dem Bereich? Nee, ich habe nur gesagt, mehr Kompetenz als ich mit meinem leidenhaften Amateurwissen. Ich meine, du hast ja immerhin besser erkannt. Es ist eher eine Neurose, als es Autismus ist bei Gers. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Das muss ich jetzt auch dazu sagen, ja. Um hier nicht irgendwie dir in den Rücken fallen zu wollen. Es gibt noch eine Person, die mir autistische Züge unterstellt hat. Also, das höre ich nicht zum ersten Mal. Das höre ich in diesem Jahr schon zum… Nee, nicht in diesem Jahr. Im letzten Jahr höre ich das schon zum… Das Jahr ist ja schon vorbei. Das höre ich jetzt zum zweiten Mal tatsächlich. Okay. Also, auch wegen diesem Listenfimmel und so und wegen so bestimmten… Ja, aber es ist ja Neurosen. Also, wenn dann überhaupt wirklich Neurosen. Ja, eben. Kleine, kleine, normale Neurosen. Das ist noch harmlos, ja. Aber wie Umberto Eco ja schon gesagt hat, ja, der Mensch liebt einfach Listen. Ich liebe auch Listen. Also, da bist du ja nicht alleine. Ja, aber außer, dass ich an bestimmten Tagen so bestimmte Serien gucke und so. Das ist schon speziell. Das habe ich auch mittlerweile abgelegt übrigens, was schon wieder gegen diese Autismus spricht, weil ich dann eher so praktisch denke und denke so, nee, so mache ich das jetzt nicht mehr. Ja, cool. Ja, aber ich glaube, das hat bei dir sehr viel mehr mit Gewohnheiten zu tun, dass du halt so ein Gewohnheitstier bist. Das auf jeden Fall. Das bin ich in jedem Fall, ja. Aber da würde mich jetzt sehr interessieren, wer hat dir denn letztes Jahr gesagt, dass du Züge von Autismus irgendwie auch aufweist? Das war die bessere Hälfte von unserer Isar. Ach. Um jetzt mal hier... Namen zu nennen. Ein Kind beim Namen zu nennen, ja. Grüße an Taleb. Ja, Grüße. Der hat mich so scherzhaft auch als... Also, er hat einen Kumpel, der ist ein richtiger Autist. Ja. Er meinte, das ist nicht... Er meinte, genau. Also, der ist halt attestiert und er meinte so, bei der Stufe bin ich noch nicht, aber ich habe autistische Züge, so hat er es formuliert. Okay, autistische Tendenzen. Ja. Ja, nochmal ein guter Filmtitel. Autistische Tendenzen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich denke, ich bin einfach... Ich bin gerne unter Menschen und bin ja sozial eher... Also, ich suche mir jetzt schon die Leute aus, wenn ich nichts zu tun habe. Ja, macht auch Sinn. Aber Autismus heißt ja meistens auch, dass man sehr sozial inkompetent ist und eigentlich nicht so gerne... Nee, muss nicht. Nee, muss nicht. Es gibt ja auch das Asperger-Syndrom, was ja auch eine Form von Autismus ist, wo die Leute einfach soziales Verhalten adoptieren. Der Test wird detaillierter jetzt von Dave. Ja, dem Adoptieren einfach dann bestimmte Verhaltensmuster, um eben nicht aufzufallen mit ihrem Autismus. So, so. Ja. Also, das ist jetzt die leidenhafte Beschreibung von mir, die ist wahrscheinlich schon falsch, aber... Ein Versteckter... Ja, kann man schon so sagen. Anderrava Autist Guess. Okay. Oder eben einfach neurotisch. Sind wir nicht alle ein bisschen neurotisch? Zweifelsohne. Ja. Absolut. So leichte Neurosen, glaube ich, kann man jedem attestieren in irgendeiner Hinsicht. Ja. Ja. Du hast halt gerne Listen. Ich habe gerne Listen. Du hast ja niemandem weder mit. Also, deswegen kannst du ja so viele Listen führen, wie du willst. Das stimmt. Wenn ich die Neurose hätte, jeden Tag irgendwo eine Handgranate zu zünden, wäre es, glaube ich, eine gefährlichere Tendenz. Mit meinen Listen schade ich nicht so vielen Leuten. Da wäre dann wahrscheinlich auch schon eher mal Hilfe angeboten worden. Mit der Handgranate, meinst du? Ja. Von irgendwelchen rebellischen Serben, die mithelfen wollen, mit der Handgranate zu werfen. Du meinst, in der Hinsicht Hilfe anbieten? Oh, Bruder, ich komme mit auf jeden Fall, wenn du morgen wieder unterwegs bist. Nee, aber dann so die Nachbarn, die denken sich das ja wahrscheinlich auch irgendwann so, vielleicht brauchen wir mal Hilfe. Jetzt habe ich meine eigene Nachbarschaft da Handgranate anwerfen. Ich meine, so dumm ist nicht mal ein Autist. Nicht mal ein Autist. Nee, aber ich meine, guck mal. Ja, Wedding, Moabit, das ist ja alles hier. Da kann ja heißes Pflaster sein, Rockerbanden, die irgendwelche Schutzgelder erpressen. Und er kann natürlich eine Nachbarschaftshilfe ja auch mal um ein bisschen rabiatere Hilfe bitten. Ja, aber da, nee, da werfe ich nicht. Ich werfe doch nicht in meine eigene Gegend. Ich werfe in Zehlendorf so, von wegen hier, gegen das Establishment und Kapitalismus. Also nochmal eine Nummer, eine Schippe obendrauf im Vergleich zu Christian Ulm, der doch mal damals für MTV doch Hundescheiße in Zeitungspapier eingewickelt hat, nach Zehlendorf gefahren ist, vor so eine Villa und da dann das Zeitungspapier angezündet hatte. An der Tür geklingelt hat und mit einem lachenden Auge aus dem Auto heraus gefilmt hat, wie dann das Feuer gelöscht wurde. Ja, aber mich erinnert das gerade dran. Ich habe neulich wieder Triangle of Sadness geguckt. Oh. Und das ist so geil, wie diese alten britischen Waffenproduzenten dann da an der Reling stehen, als eine Handgranate geflogen kommt und die fällt vor denen auf den Boden und sie hebt die auf und sagt, guck mal, das eine von uns. Ja, das war ordentlich nett. So schön, ey. Das unscheinbarste, ältere, nette Pärchen. Ja. Waren dann so die Waffen-Mogule. Ja, Lee guckt wieder Filme viermal, anstatt sich, äh, anstatt, äh, wie so oft in diesem Podcast, wenn er sich äußert, hä, jetzt ist der Film in weite Ferne gerückt, jetzt kann ich nicht mehr gucken, diese Film. Jetzt ist dieser Film Wäckchen fort, guckt er zum dritten Mal, äh. Aber warte mal, wusstest du vorher, dass du den Film schon... Viermal, dreimal, in der Realität ist, war es jetzt halt das zweite Mal und ich finde, der ist auch beim zweiten Mal sehr, sehr sehenswert. Okay, also du wusstest... Ich verweise zum Beispiel auch auf, äh, Everywhere, all, äh, hier, äh, Everything, all at once und so. Das war definitiv mehr als zweimal. Everything, everywhere, all at once. Jetzt musst du definitiv schon korrigieren, Alter. Nein, 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 nein. So weit sind wir hier eigentlich. Ja, ich bin ja der Meinung, wir könnten einen ganzen Podcast, eine ganze Episode füllen mit irgendwelchen Korrekturen gegenseitig. Auf jeden, klar. Wir ignorieren ja die meisten. Ja. Die meinte ja in der letzten Episode, als wir die Punkteabrechnung gemacht haben, meinte er, so, du hattest anderthalb Punkte und du hattest zwei Punkte. Da dachte ich so, okay, dann hätte ich jetzt dreieinhalb Punkte. Also ich wusste natürlich, dass er meinte, ich habe anderthalb Punkte, aber meinte dann so beide Punkte auf mich. Das sind so Sachen, das korrigiert man nicht mehr. Ja, das hältst du auch, blaue Elefanten schwimmen lassen, ja. Also man sieht dann schon, anhand, wenn man was hier erzählt, ja, man sieht, okay, man hat irgendeinen Fehler, da kommt was. Man, da bahnt sich was an, scheißegal. Einfach weiter schwimmen lassen, symbolisiert der blaue Elefant im Wasser. Ja, das wird nur noch schlimmer, je mehr du darüber sprichst. Verschwimmt sich. Genau. Sozusagen der blaue Elefant. Korrekt. Ah ja, okay. Ja, was mich bei dir aber und bei Tracking of Sanderson interessiert hat, du wusstest, also, nee, Frage, hattest du noch im Kopf, dass du den gesehen hattest oder erst im Nachgang? Nee, das wusste ich. Okay. Wenn du jetzt nicht eingeleitet hättest, dass das eine Frage ist, hätten wir das auf jeden Fall nicht gecheckt als Frage. Ja, das würde ich vielleicht öfter machen. Nee, so verwirrt bin ich mal ich, weil das ist ja wirklich noch nicht allzu lange her, dass du den gesehen hast. Okay, ja. So verwirrt ist nicht mal er. No. No. Ja, aber passiert mir ja manchmal auch, ganz, auch eher selten, aber dass ich irgendwann ein Film mal, das mir erst am Ende auffällt, ach ja, den hast du ja doch schon mal gesehen. Ja, ich fand es so lustig in der letzten, in der regulären Episode, die heute übrigens rauskommt, als wir aufnehmen, wie ich nochmal erwähnt habe, welche drei Projekte wir durchgenommen in der Support-Episode und sage so, Dawn of the Dead, ich und du hast einen Film von Biker mitgebracht und Lee hat über hier May, December geredet, so. Und dann war, also das war eigentlich schon abgeschlossen und dann so kurze Pause und dann kommen die, und dann haben wir noch einen gemeinsamen Film, nämlich, wir haben noch über den Tenacious D-Film geredet und dann so, oder war das nicht in der Folge? Nee, das war nicht in der Folge. Ja, also zu meiner Verteidigung, wir haben das am gleichen Tag aufgenommen. Ja, das stimmt. Aber ich fand es trotzdem super lustig, ich muss echt lachen, weil eigentlich war dieses Kapitel schon abgeschlossen, dieser kleine Werbeblock und dann kommt noch so ein Anhang voller Inkompetenz. So geil. Ich kann es ja verstehen, die Sorge davor, dass man irgendwas vergessen hat, ja. Man kann es ja mal versuchen. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal auch vergessen, dann in der Support-Episode zumindest zu erwähnen, weil wir eingangs meinten, wir haben heute übrigens auch ein Filmprojekt, oder ich meine, ein Filmprojekt, wo was aus USA und Deutschland kommt oder teilweise aus Deutschland, weiß ich mehr, was ja Tunisius G war, ja. Also das hat auch eine deutsche Produktionsfirma und ist gelistet als US-deutsche Co-Produktion bei MDB. Passiert mir auch immer wieder, dass ich irgendwelche Sachen oder Anekdoten vergesse. Ja, logisch. Zum Beispiel bei ManiCop habe ich nicht erwähnt, das ist ein ganz interessanter Funfact, dass ManiCop in der Türkei einfach so wörtlich übersetzt als verrückter Psychopath in die Kinos lief, weil die nämlich nicht die Polizei assoziierten wollten, von wegen so mit einem durchgeknallten. Und deswegen haben wir ja dieses Cop komplett aus dem Titel rausgenommen, obwohl er eine Polizeineform trinkt und haben dann einfach so verrückter, so keine Ahnung, Killerjagd auf den Verrückten oder so irgendwie übersetzt und wollten dann nicht den Titel Polizist drin haben, das habe ich zum Beispiel auch vergessen zu erwähnen. Und ich meinte ja in der letzten Episode, das habe ich schon korrigiert, als ich über Dawn of the Dead geredet habe, habe ich angefangen über die Intro-Sequenz zu reden, über Johnny Cash. Ich habe aber nicht gesagt, was da vorkommt, dass die da so die ganze Zeit so Nachrichtenschnipsel haben mit LKWs, die irgendwo reinfahren und Zombies und irgendwelche Toten und Kriegsbilder Das ist der apokalyptische Szenario. So, ich meinte einfach nur, ja, das hat er drauf, Vorspannsequenz und dann auf Johnny Cash und dann so, fertig. Ich so, hä? Ja, man muss. Das hört man dann immer nur beim Nachhören. Ja, es ist gerade beim Podcast wahrscheinlich schwierig, das Visuelle eben zu verbalisieren und die Eindrücke, die einen da selber zu einer bestimmten Punktzahl bewegt haben, auch vielleicht nochmal besser wiederzugehen. Oder machen wir das vielleicht bewusst, das so auf viele Folgen zu verteilen, inklusive Support-Evison, damit nur die Supporter das komplette Bild haben von uns. Damit die auch so die Schnipsel, die so links und rechts kommen, noch an Zusatzinformationen Man weiß es nicht genau. Deswegen sagen wir da manche Sachen lieber gleich fünfmal, ja. Könnte sein, könnte sein, ja. Naja, aber ich finde, dass mit diesem Überhören oder dass etwas falsch gesagt wird und alle Beteiligten wissen aber, was gemeint ist und überhören das deswegen so, das passiert ja am laufenden Band. Ja, das stimmt, das passiert auch. Finde ich so witzig bei der Episode, als Hoffi für mich hier eingesprungen ist, da hat er von seiner Kriegsdoku erzählt und dann spricht er von Harakiri-Fliegern und du nur so, mhm, ja, klar. Und ich dachte mir so, Digga, Kamikaze. Ach so, stimmt. Ja, stimmt. Aber Alter, das wäre mir jetzt auch nicht sofort wieder. Ach krass, ja, natürlich. Kamikaze-Flieger. Ich meine, das Ziel ist ja dasselbe. Ja, ja. Wobei, nee. Bei Kamikaze nimmt man noch mehr mit. Am Ende sind alle tot, genau. Das Ergebnis ist dasselbe. Es ändert den Tod. Bisschen mehr Schwund bei dem einen halt. Ja, gut. Ich gewollte, Herr Schwund, das wäre vielleicht auch nochmal. Ja, ja. Ja, aber ich meine halt eben, das sind halt so Sachen, du bist dann im Redefluss oder Zuhörfluss, genau so, und dann fällt einem sowas nicht auf. Ja. Also gibt es mal irgendwann eine komplette zehnstündige Korrekturepisode, wo sämtliche Fakten nochmal klargestellt werden. Superspannend. Ich denke nicht. Ich denke, damit müsst ihr leben. Wir werben mit Inkompetenz. Insofern gehört das dazu. Das ist mal ein geiler Werbeslogan. Ja. Hört uns bei unserer Inkompetenz zu. Voll ja. Ne, 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 das, also wir haben ja von Anfang an nicht behauptet, dass wir wissen, wie es richtig ist. Ja, ne. Also wir wissen auf jeden Fall, es ist ein bisschen besser als andere Podcasts, aber halt immer noch nicht, wie es richtig ist. Manchmal, manchmal wissen wir es auch ein bisschen besser, als wir es ausdrücken oder als wir es formulieren. Könntest du da auch mal einen Namen nennen? Was, von anderen Podcasts? Ich such dir einen aus, Alter. Das gehört irgendwie zum Business. Also wenn ich ja mal was höre, dann sowieso nur euch, ja. Ah, sehr anständig. Ich nenne ja ein paar, die beschissener sind als wir. Ja, hier Filme. Wir quatschen über Filme. Film fressen. Chinua Volante, ganz vorne dabei. Totaler Fuscher. Ja, hallo. Du bist zu ernst, der Typ. Der Typ ist zu ernst. Der Typ ist ernst. Der Typ kann gar nichts. Der kann gar nichts. Ja, da hast du ein paar. Ja, verstehe. Die stecken an die Tonne. Ja. Ich meine, dafür, dass der Podcast ja auch nicht immer ganz korrekt ist, ist er auch vor allem nicht satirisch und sarkastisch und ironisch. Überhaupt nicht. Nee, nee, ist bierernst alles. Ja. Gottes Willen. Sarkasmus kennen wir nicht. Gucken wir da hin. Ja. Wenn irgendeiner da irgendeinen Sarkasmus erkannt hat in irgendwelchen Aussagen von uns, ist es falsch. Ja, wir möchten uns klar von distanzieren. Möchten uns klar von distanzieren, ja. Korrekt. Ja, korrekt. So. Und wollen wir Filme rezeptieren? Achso, vielleicht können wir noch an der Stelle erwähnen. War ja ganz interessant, weil das war ja diese Dreierkonstellation. Es gab jede Menge Feedback auf unseren Aufruf, was wir denn mit der Lostrommel machen. Ach, ja. Und ob denn diejenigen da irgendwie auf Ersatzanspruch... Ja, wo Gess nämlich ganz schön in seinem Diktator-Mindset gleich mal behauptet hat, zu wissen, wie es alle eigentlich denken. Nein, ich habe gesagt, ich würde natürlich, natürlich würde ich, ich würde alles nehmen, was geht. Also insofern, warum, ist doch klar. Also wenn sich ein Ersatzlos bietet, wenn sich kein Ersatzlos bietet, ist es auch fein für mich. So wäre halt meine Einstellung. Aber alle sehr altruistisch unterwegs und insofern hat keiner gesagt, die sagen so, ja, wenn mein Film besprochen wird, brauche ich doch kein Ersatzlos, ist doch fein für mich, weil ich will ja, dass mein Film irgendwann besprochen wird. Ob das nach einer Erziehung ist oder eben nicht bei einer Erziehung, das ist den Supportern und Supporterinnen völlig scheißegal. Und das war die einhellige Meinung. Insofern können wir da gerne rumbuchern. Es ist denen völlig wurscht. Die wollen auch kein Ersatzlos. Alles fein. Okay, cool. Ja. Ja, stimmt. Ich meine, sie zahlen zwar ein bisschen mehr dafür, aber sie haben ja durch den Auftragsfilm ja schon eben die Möglichkeit. Ja, aber er meint halt, dass auch viele Auftragsfilme im Lostopf halt was nehmen würde, weil da geile Sachen drin sind. Aber das haben wir ja schon gesagt, das können die bei ihren eigenen Filmen machen. Die haben ihre eigenen Lose da damals reingetragen und den können sie upgraden, aber jetzt so andere Lose von anderen Supportern, das ist schon ein bisschen schwierig. Was eben auch nochmal ein Argument dafür ist, möglichst schnell Supporter zu werden, um hier einfach wirklich auch Einfluss auf diesen Podcast, Einfluss auf die Inhalte dieses Podcasts nehmen zu können. Absolut. Also schiebt eure Supporterschaft nicht zu lange auf die lange Bank, wenn ihr wirklich Filme hier rezensiert haben wollt. Und ihr wisst Bescheid, 186 Episoden sind online und ihr könnt auf alle zugreifen. Die Uhr tickt. Nur noch im Januar. Ja. Ab Februar kriegt ihr nur noch die aktuellen Episoden, beziehungsweise die alten Episoden gibt es in einem Extrapaket. Du musst bitte spezifizieren. Wenn ihr jetzt noch im Januar abschließt, dann habt ihr den Zugriff auf noch alles. Richtig. Ja. Was habe ich gesagt? Na, im Januar könnt ihr nur noch auf die dann zugreifen. Ja, dafür haben wir ja nicht, dass du mich korrigierst. Wo ist der blaue Elefant jetzt gewesen? Ja, das stimmt. Er war grün, deswegen muss ich es erwähnen. Achso, muss es reingehen. Warum eigentlich blau? Ey, das war einfach nur von irgendeinem Trainer, der da diese Schulung gehalten hat, einfach symbolisiert. Ist doch geil, dass immer so Elefanten als Beispiel genommen werden. Ja, weil ich kenne das auch mit pinken Elefanten. Genau, man sagt doch zum Beispiel auch, denkt mal nicht an den pinken Elefanten. Du, wahrscheinlich war das sogar pink, aber mein Gedächtnis ist ja auch einfach so beschissen. Die Schulung zu lange her. Ja, blauer Elefant ist auch irgendwie zu nah an der Realität dran. Ja, an der Realität voll. Absolut. Das ist komisch. Danke, dass du mich korrigiert hast, Gli. Ey, sehr gerne. So wie zu verkocht sich. Das war jetzt so eine Dreierkorrektur, oder? Verschwimmt. Es verschwimmt. Es verschwimmt. Nichts verschwimmt hier, Alter. Das Schlimme ist ja, weil wir einen Podcast machen, bleibt ja auch alles on air auf immer und ewig. Wenn wir irgendeine Scheiße verzapfen oder wenn ich mir irgendwas gesagt habe, dann ist das wirklich, ist das online. Tja, irgendwann fickt uns das Böse. Irgendwann fickt uns das Böse, ja. Wir dürfen nicht zu berühmt werden. Ja, aber auch für euch gilt ja die Datenschutz-Grundverordnung, ja. Also wenn jetzt jemand mal irgendwann in der Aufnahme präsent war und möchte, dass was gelöscht wird aus personenbezogenen Gründen zum Beispiel. Dann kriegen wir echt ein Problem. Dann haben wir echt ein Problem, ja. Okay. Möchtest du irgendwas löschen aus der Aufnahme? Ich gehe nicht hin und fange an, alte Episoden umzuschneiden, Alter. Nee. Kann ich voll verstehen. Und auch hier nochmal in aller Nachdrücklichkeit und ich hoffe, es bleibt auch bis zu meinem Lebensende so die Einstellung. Ich benutze ja diesen Podcast hier auch, und danke dafür, als Ventil, um möglichst zu bullshitten zwischendurch. Das ist ja deine Couch, ja. Absolut. Auf Arbeit kann ich das nicht bringen. Vor allem bei Nathalie kann ich sowas nicht bringen. Nee, da muss er den seriösen Dave machen. Muss er erst zu den Balausen kommen, um hier mal die Sau rauszulassen. Genau. So kennt man ihn. Super. Man showing emotion. Fascinating. Fascinating. Absolut. Der Delfian. Fuck predictable. Let's do it. Ja. So einer. Ja. Und das ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Dann legen wir los. Genau. Wie passend, dass ich dann einen Einstieg heute mal machen darf. Ich habe nämlich eine positive Botschaft mitgebracht und an alle die, die nicht aufmerksam Nicht wie Daniel Kübelberg, Alter. Was? Was hat der denn gesagt? Positive Energie, positive Botschaft. Ah, okay. Ich steige positiv ein, ihr müsst positiv... Krass. Er ist zu lange her. Rest in Peace Daniel Kübelberg an dieser Stelle. Ich habe letztens gelesen auf Spiegel Online, dass es ja echt eine beliebte Methode ist, um jemanden einfach wegzuschaffen. Ja, Kreuzfahrt buchen und da aus dem Fenster rausschmeißen. Hier ist zum Beispiel die Stelle, die bestimmt der eine oder andere überhört haben wir in zehn Jahren. Okay, ich kriege jetzt auch nicht den Übergang zum Filmen. Ich mache jetzt mal wieder den Weg. Positive Botschaft. Ich will hier eine positive Botschaft. Also Triangle of Sadness hätte ganz gut funktioniert. Ja, stimmt. Wherever you are. Äh, wie fange ich an? Es war, es war später Freitagabend, letzter Freitagabend, wir haben uns irgendwas reingezogen. Mein Handy blinkte und ich sah eine E-Mail. Was war es denn, was ihr euch reingezogen habt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe seit gestern überlegt, was haben wir uns nochmal gegeben? Ich weiß es nicht. Muss ja gut gewesen sein. Ja. Muss guter Stoff gewesen sein. Ich finde es komisch. Ich bin beschissen. Ich kann dir sagen, womit wir gestern Abend angefangen haben. Mit Westworld der Serie. Ach, du redest von irgendwas gesehen? Ich dachte auch, endlich Crack. Ich dachte, du hast hier irgendeinen alten Joghurt oder so konsumiert. Ach so, nee, nee. Wir haben uns irgendwas im Fernsehen gegeben. Und ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ging eine E-Mail ein. Und zwar mit dem Betreff. Was ist das schon wieder für eine Geschichte? Die Abmahnung von der Polizei oder so. Movimento ist gerettet. Ja, die Mail habe ich auch bekommen. Hast du auch bekommen. Dann hast du auch die Einladung bekommen, da anzustoßen. Und zu feiern und so weiter. Mit dem Sekt. Mit dem Sekt. Oder eben bei einem Film. Der Junge und der Reiher wurde mal einfach so in den Ring gehauen, um alle zu würdigen, die mal irgendwann fürs Movimento, egal welchen Betrag, gespendet haben. Wir waren dabei. Deswegen haben wir die Mail auch bekommen. Wir waren zu den Rettern. Wir haben ja damals doch auch, glaube ich, hier im Podcast. Ich habe nicht mehr herausgefunden, in welcher Episode es war. Es war ja, glaube ich, mehrfach, wo wir gesagt haben, macht es Sinn, hier einfach mal Geld locker zu machen fürs Movimento. Welche Episode war das? Deutschlands ältestes Kino, oder noch aktuell existierendes Kino, seit 1907 am Start. Und 2019 war ja die Situation, dass die Deutsche Wohnen diese Immobilie dann gekauft hatte. Und ja, dann natürlich Panikaufgaben. Was passiert hier mit dem Kino? Und relativ schnell sich Ansprechpersonen bei der Deutschen Wohnen gefunden haben, die sich dem angenommen haben. Letztendlich auch mit dem Ziel, dass das Movimento-Team quasi die Immobilie kaufen kann, um das Kino zu erhalten. Weshalb es ja damals dann Spendenaufrufe gab, in mehreren Etappen. Und jetzt zum 31.12. gehört, dass die Immobilie die Movimento und somit kann es Kino halten bleiben und auch saniert werden. Und ich bin diesem Aufruf der Einladung gefolgt. Also, es gab ja einen Hinweis hier, wir können, ich glaube, bis zu 100 Leute ein Ticket klar machen. Da habe ich dann also schnell geantwortet. Habe dann auch und damit Grüße an eine der drei Geschäftsführungen, an die Iris Präfke. Die hatte mir dann geantwortet und gesagt, hier, kannst du bis 18.00 Uhr ein Ticket abholen. Schön. Freue mich. Geil. Und dem bin ich halt gefolgt. Da aufgeschlagen. RBB, Arndt Breitfeld waren auch am Start. Die berichten ja auch immer gerne über sowas. Und habe mich dann aber erstmal in eine ruhige Ecke gesetzt. Und mir dann in Ruhe diesen, was heißt Ruhe? Es gab eine Schlüsselübergabe natürlich, so eine symbolische Schlüsselübergabe. Sympathisch gemacht. Und dann ging der Film los. Der Junge und der Reiher. Also erstmal an der Stelle von uns natürlich auch. Herzlichen Glückwunsch, Movimento. Wir freuen uns sehr. Schönen Gruß. Und freut uns natürlich auch mal bei den ganzen Kinoschließungen, wenn Kino mal gerettet wird. Insofern. Ja, stimmt. Wir sind ja große Fans. Insofern wollen wir das hier nochmal betonen. Da nochmal schönen Gruß hin, auch von uns. Ja, top. Genau. Und für mich natürlich auch insofern interessant, weil ich den Film vorher noch nicht kannte. Großer Studio Ghibli Fan bin. Und ja, das auch nur nebenher dann irgendwie zufällig mitbekommen hat, dass Hayairo Miyazaki, das Studio Ghibli, der Begründer und das Urgestein, Schaffer von Meisterwerken wie Prinzessin Mononoke, für meinen Nachbar Totoro, Chihiros Reise ins Zauberland, der damals 2003 den Oscar für den besten Animationsfilm bekommen hatte. Das Wandelnde Schloss, ja, auch Oscar-nominiert. Wie der Wind sich hebt, auch nochmal eine Oscar-Nominierung. Und er selber auch nochmal einen Ehren-Oscar 2015 abgegriffen hatte. Und eigentlich ja dann auch, ich glaube, kurz darauf ein Ruhestand eigentlich ist. Ja, der war schon in Rente. Der war schon in Rente, ja. Der ist jetzt vor ein paar Tagen, ist der 83 geworden. Und ja, anscheinend hat ihn da aber eben noch ein bisschen was bewegt, weshalb er dann doch nochmal einen Film rausbringen oder zeichnen und nochmal rausbringen wollte. Weil klassisch Studio Ghibli handelt sich hier um einen handgezeichneten Anime-Film. Geil. Und den habe ich hier heute einfach mal mitgebracht, ja. Neben Studio Ghibli war auch Toho, ist eine Produktionsfirma. Toho kennt man, kennt glaube ich alle so als die Firma aller Godzilla-Filme. Und noch viel weiteres Zeug. Also die sind eigentlich so die, auch die große Institutionen an Filmproduktionsfirmen in Japan. Wenn es um irgendwelche Filme geht. Jo. Ich habe natürlich noch ein paar Randgeschichten mitgebracht. Ich komme aber, weil es ja ein Anime-Film ist, erst später zu den Sprechrollen. Weil im Fokus steht eigentlich ein zwölfjähriger Junge namens Hisako, der Einzelkind ist. 1943 angesiedelt, ist also Pazifikkrieg in Japan angesagt und in Tokio halt immer wieder Luftangriffe. Und während eines dieser Luftangriffe kommt dann eben auch tatsächlich seine Mutter um. Und sein Vater, das ist ein Betreiber einer Munitionsfabrik, entscheidet dann, okay, wir ziehen halt lieber auf sichere Land. Wo er eben auch in der Nähe eine Munitionsfabrik dann hat und betreiben kann. Und die dann mit sämtlichen Bediensteten, das sind so acht alte Frauen, wo man schnell erkennt, wie so die Zeichnungen von Miyazaki immer liegen. Also man hat da viel Wiedererkennungswert, viel so Warzen im Gesicht, sehr markante Gesichter, extrem unterschiedlich ausgeprägt von den Bewegungen, von der Körperhaltung. Wo man halt wirklich sehr, sehr schnell einfach die Qualität von Miyazaki wiedererkennt. Ja, es ist auch super staunlich, wie sich die Studio-Ghibli-Filme, die nicht von Miyazaki sind, dass man die unterscheiden kann. Ja. Wenn man die sieht so, dass man weiß, okay, irgendwie ist es kein Miyazaki, ist immer noch cool animiert und so. Ja. Aber der hat noch so eine persönliche Note immer angebracht. Ja, stimmt. So die Chroniken von Erzsee meinst du zum Beispiel. Ja, sowas, genau. Die rote Schildkröte war ja, glaube ich, auch nicht mehr von ihm. Ich glaube auch hier Grave of the Fireflies, das ist auch Studio-Ghibli, aber nicht von ihm, oder? Stimmt. War das nicht auch einer von ihm? Ja, genau. Ja, der Vater hat mittlerweile die jüngere Schwester seiner Frau geheiratet, die auch ein Kind erwartet. Und unter diesen Rahmenbedingungen ziehen die jetzt quasi aufs Land. Ja, er soll einfach in Schutz auch besser aufwachsen zu können. Das ist ja auch probiert, oder? Wenn deine Tante plötzlich deine Mutter ist. Genau. Und das ist halt dann eben auch am Anfang. Die Balkans, when they say they're gonna have a war, they keep their word. Bei den Balkans ist es ganz ein Gang und Gebe, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich auch bezeichnend. Auch für ihn, ja. Obwohl sie sehr liebevoll mit ihm umgeht und auch eigentlich sehr viel dafür tut, dass es ihm gut geht, ist er sehr zurückhaltend. Einmal mit Sicherheit immer noch nicht halt verarbeitet, dass seine leibliche Mutter gestorben ist. Aber eben auch mit dieser Situation, dass sein Vater ein Kind, oder dass sie zusammen halt ein Kind erwarten. Ja, genau. Das heißt, auf dem Land macht er dann eben alleine irgendwelche Trips draußen, erkundet so die Gegend, kommt auch nicht in der Schule so wirklich gut an. Der Vater bietet ihm noch an, zusammen mit dem neuen coolen Auto da hinzufahren, ihn abzusetzen. Er wird aber erstmal trotzdem von einem Mitschüler verprügelt und hat dann so das Gefühl, er wird da nicht akzeptiert und hat dann eben einfach in der Umgebung auf seinen Unternehmungen schon gesehen, dass es da die eine oder andere interessante Stelle gibt, wie zum Beispiel ein überwucherten Turm, der jetzt nicht so weit von dem Haus entfernt ist. Und er haut sich dann am Ende des Schultages, nimmt er sich so einen Stein und haut sich so mordsmäßig gegen den Kopf, dass er da wirklich eine krasse Platzwunde hat und dann eben für ein paar Tage auch zu Hause bleiben muss. Natürlich verheimlicht, wie das Ganze zustande gekommen ist. Der Vater natürlich aufbrausend ihn da in Schutz nehmen will und sofort wissen will, wer ihn da verprügelt hat, um denjenigen sich selber vorzuknöpfen. und er einfach wirklich ultra introvertiert dann in Ruhe gelassen werden möchte und sein Ding durchziehen möchte. Und da dann eben auch der titelgebende Reiher, ein Graureiher ins Spiel kommt, der kurioserweise sehr nah schon am Fenster vorbeifliegt, da auch mal Halt macht, so in den Raum reinguckt, wo der Junge halt liest so. Und man merkt, da ist schon irgendwie ein bisschen was komisch. Da läuft was. Da läuft was. Da geht was. Ja, absolut. Beim Lesen, oder nee, Quatsch, genau. Der wird dann sogar von dem Graureiher auf einer seiner Erkundungstouren draußen dann eben auch vermeintlich angegriffen. Und denken sie, ey, dem werde ich es jetzt halt geben. Der ist total bekloppt, der Reihe. Und der bastelt sich dann halt einen Pfeil und einen Bogen selber. Die Pfeil halt noch vollkommen spartanisch, einfach Bambus und irgendwie eine Schraube reingedreht. Fliegt halt nicht weit, bis er dann mitbekommt, okay, da müssen halt noch ein paar Federn ran und bastelt da vor sich hin. Er hat lustigerweise zwei Federn eben auch von diesem Reiher, bastelt die ran. Dabei bei der Bastelaktion zu Hause stößt halt so ein Buchstapel um, der auf dem Schreibtisch steht und will die halt wieder sortieren und sieht dabei, dass da eben auch ein Buch dabei ist, wo seine Mutter wollte, dass er das mal später als Erwachsener liest, bekommt von ihr übergeben. Bestimmte Aufzeichnungen, bestimmte Hintergründe und ja, er zwiegespalten ist zum einen eben das wollen, ja, Hintergründe, seine Mutter wieder zurückhaben wollen. Also er da einfach wirklich traumatisiert, nicht nur aufgrund des Krieges, sondern eben aufgrund des Todes seiner Mutter auch ist und der Situation mit dem Reiher. Er versucht ihn dann mit dem Pfeil auch zu erwischen. Der Reiher, man sieht so, okay, da stimmt immer weniger was und letztendlich sieht er dann in der Sequenz, also der Reiher kann ihn dann noch irgendwie zurückhalten, dass es eigentlich ein Typ ist, ein Typ im Reiherkostüm. Das ist kein Tierreiher, sondern es ist einfach ein kleingewachsener, halbglatziger Typ mit einer riesen Knollnase, der in diesem Reiherkostüm steckt und diesen Jungen angreift. Alter, was? Okay. Und er fliegt dann in dem Kostüm da durch die Gegend. Genau, und so fängt es halt an, fantastischer zu werden. Der Typ, bzw. der Reiher, versucht halt, den Jungen in diesem Turm, den er schon entdeckt hatte, der auch so eine bestimmte Anziehungskraft auf Mahiko hat, da reinzuholen, was dann auch irgendwann gelingt. Ich hoffe sehr stark, dass der Reihermann kein Pädophiler ist in diesem Film. Nee, es wirkte vielleicht ganz am Anfang so, aber nein, das ist es natürlich nicht. Obwohl es schon eher inhaltlich ein Film oder eher Erwachsene natürlich was mit den Inhalten anfangen können, ist er natürlich auch gewissermaßen kindgerecht gemacht. Also man sieht natürlich ab und zu mal Blut fließen und auch ein bisschen heftigere Szenen, aber natürlich können auch Kinder sich den reinziehen. Also nein, es ist kein Pädophiler, würde ich damit sagen. Genau, er lockt ihn aber halt in diesen Turm. Ich bin dein Freund, dein Reihermann. Komm in den Turm. Und da liegt dann tatsächlich auch seine Mutter auf einem Kanapé und der Graureiher, also der Typ will halt, dass er Hallo sagt und der Junge berührt quasi die Figur seiner Mutter, ist auch skeptisch, dass da was passiert und in dem Moment verfließt halt die Figur und er wird dann auch kurz darauf in den Boden reingezogen, auch zusammen mit dem Graureiher und zusammen, also auch noch parallel seine Ziehmutter und die verschwinden dann quasi in eine parallele Fantasiewelt. mit vielen Typen, was ist typisch, vielen Figuren, die sich Miyazaki da eben ausgedacht hat und die Geschichte dann natürlich sich weiterentwickelt, was die Beziehung zwischen Sohn und Ziehmutter, neue Ziehmutter betrifft. Figuren, die da in dieser Fantasiewelt existieren. Ja, das kann er ja, wissen wir ja noch von Chihiro da mit der... Absolut. Genau, und da hast du dann eben auch, finde ich, inhaltlich den stärksten Vergleich zu dem Film und... Bei welchem meinst du? Chihiros Reise in Zauberland. Da kommt es noch deutlich schneller. Ich finde, es klingt auch voll nach Coraline. Auch ein bisschen, ne? Na, stimmt. Ja, und man hat, also, es gibt tausend Ideen. Ja, es gibt einfach sehr viel inhaltliche Vielfalt bei dem Film, was auch diese inhaltliche Auswirkungen hat, was aber vor allem auch visuelle Auswirkungen hat und man hat immer wieder das Gefühl, oft positiv, manchmal funktioniert es vielleicht auch nicht ganz so, dass Miyazaki vielleicht noch irgendwie so eine ganze Kladder an Ideen hatte, die er verwirklichen wollte und halt hier in diesen Film reingepackt hat. Ja, aber auch so typisch Miyazaki, ja, also auch hier wieder viel die Beziehung zwischen Mensch und Natur, beziehungsweise Mensch und seiner Umwelt aufarbeitend. Das zieht sich ja eigentlich wie ein roter Faden durch alle seine Filme oder die meisten seiner Filme. Ja, also visuell bekommt man hier echt in den 124 Minuten eine Menge geboten, inhaltlich, weiß ich mir mal nicht mal, ein Ticken zu viel. Also hat er nicht die ganz große Qualität wie seine absoluten Klassiker, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Hast du so einen Liebsten von ihm? Nee, nicht wirklich. Ich hatte relativ früh aus seiner Filmografie seinen ersten gesehen, Nausicaa E. Oh, den kenne ich noch nicht. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, der war, was waren das, 82 oder so, Anfang der 80er, wo es ja auch mit WWF eine starke Kooperation gab damals. Den habe ich ein paar Mal schon gesehen. Den mag ich einfach sehr, weil der das halt initiiert hat, was so über die Filmgeschichte von ihm dann gekommen ist. Ich würde aber behaupten, direkt danach kommt Chihiros Reise ins Zauberland. Ja, der ist schon toll. Mein Nachbar Toto habe ich peinlicherweise bis heute noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ah. Leer den. Das ist das mit dem Katzenbus, ne? Ja, genau. Ja, voll gut. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Fehlt mir noch. Das ist auch noch eine Lücke auf dem Poster. Machen wir einen Filmamt zusammen. Double Feature. Welcher war denn das mit diesem Badehaus? Das war nicht das Wandel in das Schloss, ne? Das war, glaube ich, auch Chihiros Reise. Ja? Ich glaube auch, ja. Das Wandel in das Schloss, da gibt es kein Badehaus. Nee. Weil da in diesem Badehaus waren ja auch ganz viele so völlig skurrile Figuren. Das war, bin mir sicher, Chihiros Reise. Ja. Also lohnt sich definitiv auch ein Kinobesuch. Ich gehe mal davon aus. Ich vermute ganz stark, dass der Film auch wieder mit einer Oscar-Nominierung bedacht wird. Als bester Animationsfilm. Könnte sein. Ja, und der lief dann auch grandioserweise auf Japanisch mit deutschen Untertiteln im Kino. Ach, okay, cool. Und hatte da mal geguckt, ja, was sind da so die Sprechrollen? Hat mir dann ein paar notiert. Ko Shibasaki hatte eine Person gesprochen, die kannte ich zum Beispiel aus 47 Ronin, hat die mitgespielt. Guess wird wahrscheinlich gleich sich viel mehr freuen, weil eben auch Takuya Kimura, jetzt bin ich gerade überlegen. Ja, genau, das war der Schauspielername, da auch gesprochen hat. Der hatte die Hauptrolle, also den Mani in Blade of the Immortal gespielt. Ah, okay. Das ist der Hauptdarsteller. Oder, den werdet ihr alle kennen, Jun Kunimura, der hatte den Boss Tanaka in Kill Bill gespielt damals. Ach so, ja gut, klar. Also das Gesicht kennt man ja eigentlich auch aus vielen Filmen. Viel krasser, Alter. Und mit Sicherheit werde ich mir den halt nochmal dann geben, sobald verfügbar zu kaufen, ist das, was die englische Synchronisation betrifft. Hatte ihr da irgendwas mitbekommen? Nein. Nein, alter. Christian Bale, David Bautista, gut. Willem Dafoe, Mark Hamill, Robert Pattinson, Florence Pugh und noch ein paar andere Namen so von Leuten, die man auf jeden Fall kennt. Krasse Regen. Ja, Mann. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und auch, also der ist von der Wertigkeit auf jeden Fall würdig, den nochmal zu gucken. Mhm. Jo. Ja, ich hab ansonsten nur ein paar Trivia-Facts noch mitgebracht. Wollt ihr inhaltlich noch irgendwas? Wird dann gereiert, wie der Titel vermuten lässt. Ja, es wird auch gereiert. Es wird gereiert. Okay. Keine leeren Versprechungen hier. Das wollte ich gerade sagen, ja. Der Film hält, was er ankündigt. Okay. Hast du sonst noch Wortspiele? Nee, mehr hab ich nicht. Nee, okay. Das war schon. Ja, der hier. Ja, dann hau mal raus. Trivia-Facts. Ja. Ich fand den gut. Ich fand den gut, ja. Nicht lachen, aber sagen so, ja, der wird zwar gut. Ein bisschen mehr als gut. Der wird zwar sehr gut. Daumen hoch hier von dir. Mehr kriegt der Körper nicht gerade nicht hin. Sonst würde er wahrscheinlich mehr ausrasten. Yes. Ja, Kinostart in Japan war schon Mitte Juli. Hat ein bisschen gedauert, bis der dann eben synchronisiert und mit irgendwelchen Verleihern vorlag, ja, läuft seit, ich glaube, einem knappen Monat jetzt in Deutschland im Kino. Ach, so lange schon, echt? Ich dachte, die wäre jetzt erst gerade letzte Woche oder so. Nee, 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 nee. Also auf jeden Fall schon vor Weihnachten angelaufen, das weiß ich, weil da schon ein paar aus meinem Umfeld auch drin waren. Interessanterweise, ja, der erste Studio-Dhibli-Film, der auch fürs IMAX aufgearbeitet wurde. Okay. IMAX-fähig. Und der ist trotzdem von Hand animiert. Mhm. Ja, das war nämlich auch nochmal ein interessanter Fakt. Bisschen schnell, ich hab's mir, ich hab's nicht im Kopf. Hayaiyo Mizaki braucht ungefähr, nee, der bekommt in einem Monat ungefähr eine Minute an Zeichnung, die filmreif quasi ist, hin. Und der hatte dann eben auch einen anderen mit am Start, der hat nämlich Zeichnung innerhalb von zehn Minuten, Quatsch, innerhalb eines Monats zehn Filmminuten dann hinbekommen. Ja, also die Idee begann schon früh, ich glaub 2016 ging schon los mit der Idee und hat dann aber eben, ja, eine Weile gedauert. Er hat auch hier wieder einen Film, der verschoben wurde, der sollte ursprünglich im Sommer 2020 eigentlich veröffentlicht werden. Ach schon, okay. Ich weiß nicht, ob er bis dahin dann letztendlich fertig geworden ist oder ob sich das von der Postproduktion dann nochmal verschoben hatte. Genau, war einer von eben vielen Filmen. Ich hab ja auch die große Studio Ghibli Box mit ganz vielen Filmen von ihm und auf einer von den Filmen war auch so ein Making-of mit bei, wie er nämlich arbeitet und das war super interessant, weil die nämlich in so einem super kleinen Büro irgendwie. Das haben wir doch gesehen. Haben wir das nicht im Rahmen von einem seiner Filme auch geguckt? Weil ich erinnere mich, da sitzt er in so einem Winzbüro. Ja, genau. Ganz alleine, ja. Und der, nee, nee, da sitzen noch die Mitarbeiter, da sitzen um ihn rum und er ist so ein bisschen separat an seinem Schreibtisch und überall hängen halt irgendwelche Notizen und Skizzen und so hin und die arbeiten alle so auf kleinstem Raum irgendwie mit einem Meter Abstand, mit tausenden Zeichnungen um ihn rum und irgendwelche Bücher und Vorlagen und so und das ist alles sehr, also es ist jetzt kein Riesenkonzern, wo die jetzt alle auf 17 Italien verteilt sind, sondern es wirkt alles sehr familiär. Da hat er schon endlich jetzt gelandet. Ich bin ja ein bisschen neidisch darauf, dass du die Box hast, weil ich hab mir damals eben die Filme einzeln gekauft, dann kam irgendwann später diese Sammelbox raus und da ist eben dieser Exklusiv-DVD mit eben dieser Doku mit dabei. Ah, okay. Ja, also wenn du, ja, veräußere die nicht einfach so, sondern gib Classic Dave Bescheid. Ja, ich hab immer ganz viele Filme hab ich schon veräußert aus meiner Sammlung, das wird nicht vollkommen bei dem. Ja, alles klar. Ich werde mir dann eher noch vereinzelt die dazukaufen, die halt nicht drin sind, jetzt zum Beispiel den neuen und so. Ja, stimmt. Vorständigkeitshörer. Gut, aber ich werde dich vielleicht mal anhauen, wenn ich mal wieder Bock auf diese Doku habe. Ja, gerne. Und die DVD ausgeliehen haben müsste. Nee, leicht hier nicht. Okay, dann weiß ich schon mal Bescheid. Vielen Dank für die Information. Das wäre ein geiler Move, oder? Nachdem Dave und 750 Filme leiten, einfach zu sagen, nee, kriegst du nichts. Wenn er uns irgendwann den Haar abdreht, dann wird es schwierig. Dave, du hast da mal einen Fingerabdruck hinterlassen auf einer von Gästscheiben, das geht so nicht. War kein Fingerabdruck, aber ja. Okay. Ja, ansonsten scheint der Film auch echt krass erfolgreich zu sein. Also der ist mit Abstand der erfolgreichste Studio-Ghibli-Film bisher. Also während das Wandel-Schloss auch am Eröffnungswochenende irgendwie 1,48 Billionen Yen eingefahren, ah nee, Milliarden Yen eingefahren hatte, ich habe jetzt die Umrechnung nicht im Kopf, hatte er eben nochmal 500 Milliarden mehr Yen eingefahren. Aber immer noch natürlich riesige Fanbase beim heimischen Markt in Japan, also irgendwie so hat man ja immer so die weltweiten Kinoergebnisse, da sind ja irgendwie 80, 85 Prozent direkt aus Japan und der Rest. Ja, genau. Und dann kommt erst der Rest. Absolut, ich glaube knapp 40 Millionen in den USA bisher, von insgesamt aktuell 138, was eigentlich auch schon mal für den US-Markt eine Hausnummer ist. Ja, also 13 Millionen hat er alleine eben am Eröffnungswochenende in Japan schon mal eingefahren. Enorm. Ja. Also 95 hat er wohl gekostet, vor Marketing, also 138 wie gesagt bisher eingespielt, wahrscheinlich hat er schon mal die Gesamtkosten auf jeden Fall drin und läuft ja noch ein bisschen im Kino. Mhm. Jo, das war es erstmal mit irgendwelchen Fakten. Achso, das Ganze basiert auch auf einer Kurzgeschichte. In einer japanischen Kurzgeschichte, die 1937 veröffentlicht wurde, das auch wohl im Moment der absolute Renner in Japan ist, ja. Die Verkaufszahlen für dieses, für dieses Kurz, oder das Buch, wo die Kurzgeschichte drinsteckt, in die Höhe schnellen. Jo, sonst nur noch Bewertungsangaben. Wollt ihr die wissen? Na klar. Yay. Bei IMDb ist er im Moment bei einer 7,6 von 10, was auch echt ordentlich ist. Metascore von 91, was noch ordentlicher ist. Wow. Bei Letterboxd mit einer 4,0, was auch ordentlich ist. Mhm. Ich sag, du bist bei 8. Ja, ich hab kurz so 7,5 tendiert, weil ich dachte, dass der wahrscheinlich nicht ganz oben ist in der Rangfolge, aber sein letzter Film, Studio Ghibli und so. Deswegen sag ich auch 8. Mhm. Ich bin noch bei einer 8,5 gelandet. 8,5 sogar? Ja. Die erwähnten Filme, die ich gesehen hatte, die sind alle bei mir bei einer 9 bis 10 sogar. Okay. Das ist für mich großes Kino. Mhm. Also wie gesagt, lohnt sich im Kino und auch sonst der Junge und der Reiher, das Tierreiher, nicht der Abreiher, wie Gess zwischendurch vermutet hatte. Naja, vor allem jetzt im Zuge der Oscars werden wir ihn wahrscheinlich eh sehen, wenn er dann diese Nominierung, die zu erwarten ist, einfährt. Denke schon. Ich hab kurzzeitig, wir waren ja gestern im Kino. Ja. Und so gegen 17 Uhr und dann hab ich nochmal gegoogelt, weil ich ja wusste, dass du den bringst, ob ich um 20 Uhr, 20, 30, meinte ich auch zu Lee, ob ich da noch in Steffi Lux fahre und mir den angucke. Mhm. In weiser Vorbereitung, aber das war mir dann zu viel, weil ich muss ja unseren Auftragsfilm für heute auch noch gucken und da hab ich gesagt, das wird, wenn der nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir den wahrscheinlich gestern im Kino ansehen, wenn ich den schon geguckt hätte. Mhm. Aber so war mir das zu viel. Ja und hey, jetzt habt ihr ja die Chance, den doch auch wieder zusammen zu gucken. Stimmt und Lee hat recht, also werden wir wahrscheinlich ein Zuge der Oscars auch machen, obwohl ja einer unserer, unserer Oscar, äh, unserer Oscar-Besetzung hat ihn ja schon gesehen, insofern bin ich ja da, da hab ich ja nicht so einen Vollständigkeitsfilm, das ist fein, also wenn einer von uns den kennt, ist ja schon mal gut. Ja. Gut. Ja, das könnte mit meinem nächsten Film auch passieren, der ist zumindest mal auf der Oscar-Shortlist, aber in der Kategorie, die die wenigsten interessiert, nämlich Hair and Make-up. Okay. Finde ich aber ein bisschen überraschend, weil hätte mich auch nicht gewundert, wenn der unter Umständen noch in anderen technischen Kategorien nominiert geworden wäre oder jetzt gucken wir mal, ob das bei der Nominierung landet. Und ich hab mich unabhängig davon auch dafür interessiert, weil wir da thematisch schon mal was hatten, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und der Film heißt The Last Voyage of the Demeter. Die letzte Fahrt der Demeter. Ein Horrorfilm. Und Fantasy steht auch noch drauf. Regisseur André Oeuvredal, der ganze neun Credits, Trollhunter hat er 2010 gemacht. Den hab ich mal gesehen. Die Autopsy of Jane Doe kam 2016 und dann 2019 Scary Stories to Tell in the Dark von Del Toro. Den hab ich in New York gesehen, ne? Und da kommt jetzt ein... Erlengen. Erlengen. Jeff Schutt von dem Stamm Season of the Witch, Escape Room um Samaritan und Zach Olkowicz von dem Stamm Bullet Train. Basierend natürlich auf einer Vorlage von Bram Stoker. Beziehungsweise, das ist halt hier das Ding, warum mich das auch interessiert hat, das jetzt mal anzugucken, weil das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und wir haben das angeteased bekommen bei dem Kinski-Film. Den wir neulich hatten. Ja, und ich glaube ein Buch von Bram Stoker sind sechs Seiten oder so. Es ist wirklich nur ein Teil eines einzigen Kapitels. Also da auch nur ein Teil von. Und zwar geht es hier um das Logbuch des Captains aus dem vollständigen Roman Dracula. Und das ist eben, wie gestern gesagt hat, nur ein sehr kurzer Abschnitt, wo auch nicht allzu viel wohl dazu gesagt wird in dem Buch. Und das haben sie jetzt hier auf eine Stunde 58 gestretched. Und halt entsprechend frei interpretiert wahrscheinlich. Weil all das steht hier natürlich so nicht. Und deswegen ist die Handlung recht überschaubar zusammenzufassen. Weil es geht um die Demeter. Das ist das Schiff, was gechartert wurde um eine private Fracht. Und zwar 24 Holzkisten. Und die sollten aus der Carpathia nach London transportiert werden. Auf dem Wasserweg natürlich. Und deswegen zeigt der Film eigentlich nur diese Überfahrt von den Kisten nach London. Und steigt aber schon auch mit dem Ergebnis ein. Also wir sehen zu Beginn das Schiff an der Küste von England. Da ist niemand mehr an Bord. Einer ist dann von Land an Bord gegangen, um zu gucken, ob da noch jemand lebt. Der kommt total verstört nur zurück. Und wir sehen dann halt den Polizisten, der da mit beauftragt wird, jetzt zu gucken, was mit diesem Schiff ist. Und die finden dann dieses Logbuch des Käptens. Und mit dem Öffnen des Logbuchs springt dann die Erzählung zurück. Und wir sehen, wie das Schiff eben gestartet ist. Wie die Besatzung zusammengekommen ist. Weil da haben sich so ein paar umentschieden in dem Moment, wo die das Logo, was auf den Holzkisten drauf ist, gesehen haben. Da ist nämlich so ein Drache abgebildet. Und dann haben die irgendwas Rumänisches gesagt und sind abgezogen. Haben halt Schiss bekommen. Ja, und einer, der ist studierter Arzt, der hat wohl in Oxford Medizin studiert, ist aber schwarz und hat deswegen nirgends einen Job bekommen. Ist dann auf Umwegen in Rumänien gelandet und möchte jetzt zurück nach London und hat deswegen halt ein großes Interesse, mit an Bord zu sein. Das ist die Figur von Corey Hawkins. Der heißt Clemens. Dr. Ray. Ja. Ja, stimmt. Und hier spielt er ein Doktor. Ah, ein richtiger. Ja. Ja, und ich meine, der ist hier mit britischem Englisch unterwegs. So habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Aber insofern ganz cool, weil so hast du natürlich seine Motivation, da auch zurückzukommen. Und so hast du halt auch gleichzeitig eine Rechtfertigung, dass der an Bord gebraucht wird, weil er halt dann sowas wie der Schiffsarzt ist. Mhm. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch einen Käpt'n. Der wird von Liam Cunningham gespielt. Und dann gibt es eine Figur namens Wojcik. Das ist so der nächste, der dem Käpt'n unterstellt ist. Und der wird von David Das Malkin gespielt. Und alter, der Typ ist so wandelbar, ne? Also wir haben den ja wirklich schon in den unterschiedlichsten Rollen gesehen. Und der kann vom absoluten Lutscher bis zu einem einigermaßen bedrohlichen Typen halt echt alles. Ich finde es krass. Ist ja einer Film von Herzog nicht Wojcik, wo Kinski die Hauptrolle übernommen hat. Ja, genau. Das ist auch ein Theaterstück, ja. Da haben wir ja noch einen Zusammenhang zu Kinski und Nosferatu. Ja, stimmt. Witzig. Ich habe jetzt kein Gesicht vor Augen bei dem. Kannst du dich an Suicide Squad erinnern, der Typ mit den Punkten? Ach, der dort Polkadot, man. Ja, siehst du? Ich habe überlegt, ob das der ist. Ja, Mann. Jetzt, okay, krass. Dann war es tatsächlich der Richtige, an den ich gedacht habe. Ja. Und der hat schon in so vielen Filmen mitgespielt, wo man sich dann, ach klar, er ist das. Also der ist richtig wandelbar. Ja, und natürlich gibt es dann hier auch noch eine Frauenfigur, auch wenn dieser Film weit entfernt davon ist, den Bechtel-Test zu bestehen, spielt Aisling Franchiosi hier Anna. Das ist die Dame aus The Nightingale und Black Narcissus. Die ist gut. Ja. Und die ist halt hier in einer der Kisten drin und durch Unwetter kippt dann eine dieser Kisten und bricht auf und dann finden sie sie. Mhm. Und natürlich kommt dann diese Besatzung nach und nach drauf, dass halt irgendwie was mit an Bord ist, weil sie war die Person, an der sich Dracula jede Nacht genährt hat, wenn du so willst. Jetzt fällt sie weg und dann muss er sich halt anderweitig behelfen. Und so macht er dann jede Nacht die Runde. Und da kommt eine Menge CGI zum Einsatz. Ich glaube, es ist wenig bis gar nichts mit Practical Effects gelöst. Die CGI geht aber über weite Strecken klar, wobei man sich halt schon auch mit dem Look, den die halt gewählt haben, den musste halt akzeptieren. Also die haben sich, was die Optik von Dracula angeht, sehr an Nosferatu orientiert. Und das Ganze aber natürlich dann sehr viel größer und mit Flügeln und so. Also deswegen ist schon eine Menge CGI. Und ich finde aber, über weite Strecken funktioniert das. Trotzdem hast du hier natürlich eine sehr vorhersehbare Handlung und die siehst du dann über zwei Stunden. Ich meine, das tut dem Film, glaube ich, auch wieder keinen Gefallen, dass die mit dem Fakt einsteigen, dass keiner an Bord überlebt hat. Achso. Also klar denkst du dann, vielleicht sind dann welche von Bord gekommen und haben so überlebt. Genau, verstecken sich doch vielleicht noch irgendwo. Ja, genau. Aber dann weißt du halt, okay, jetzt muss das Schiff von A nach B. und im Endeffekt kommt keiner lebend an. Ja, guckst du halt, wie sie da hinkommen. Mhm. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der Film wirklich Handlung hergibt für einen Zwei-Stunden-Film. Mhm. Ich fand das auch nur entsprechend. Also, weil das ist jetzt die Sorte Horrorfilm, die natürlich drauf gemacht ist, dass du dich hier an der einen oder anderen Stelle fürchtest oder erschreckst, weil es ja im Endeffekt nur darum geht, wie der halt jede Nacht dann so langsam die Besatzung auseinandernimmt. Und ob die was dagegen tun können, wobei da, auch da, das Ergebnis liegt halt vor. Mhm. Aber es spielt natürlich ein bisschen mit dem klaustrophobischen Schauplatz, dass halt niemand auch weg kann. Ja, genau. Und das an sich finde ich ganz cool, aber leider gibt es dann da halt, so wie es geschrieben ist, auch ein paar Figuren, die sich einfach maximal bescheuert verhalten. Mhm. Nein, das hilft nicht. Wahrscheinlich weniger kreischende Teenies, aber. Ja, aber, also, ich habe hier ja schon die ein oder andere Situation gehabt, wo ich dann dachte, oh Leute, warum habt ihr nicht einfach das und das gemacht? Also, hätte sich so angeboten, aber ja, nee, verteilt euch mal lieber. So. Wie blutig kommt das Ganze dann rüber? Ja, das nimmt zu über den Verlauf des Films. Also, die machen schon auch so, dass sie über weite Strecken gar nichts zeigen. Also, auch nicht Dracula, sondern dass das halt alles nur so erahnt wird und klar, dann machen die eine Menge mit dem Sounddesign und mit der Stimmung ist ja eh dann primär eh immer nachts, wenn hier Dinge passieren in die Richtung. Und, ähm, das spielt der CGI wahrscheinlich in die Karten, weil der war jetzt nicht riesig teuer, was so einen CGI-beladenen Film angeht, weil der hat 45 Millionen gekostet. Aber ich würde sagen, so mit dem gesamten Look funktioniert das und mich hat es eben primär interessiert, weil es halt wirklich bei der Kinski-Version ist es ja eigentlich nur eine kurze Szene, wie das Schiff mehr oder weniger wie ein Geisterschiff dann da den Kanal hoch schippert. Ja, und hier hast du das eben sehr ausgedehnt. Ja, also keine wirkliche Empfehlung der Film. Trotzdem ist es rated R, aber das muss es natürlich auch sein, sonst wäre es wahrscheinlich erst recht witzlos, das Ganze. Aber eben 45 Millionen und zum Zeitpunkt, als ich das rausgeschrieben habe, hat er gerade mal knappe 22 eingespielt. Das ist auch nicht der große Wurf. Und deswegen finde ich es einigermaßen spannend, dass das diese Sorte Film ist, die seit Jahrzehnten in Development Hell rumgekrebselt haben, weil es halt ewiges Hin und Her war mit Finanzierung und jetzt der Regisseur und dann nochmal umschreiben und alles nochmal anders. Und deswegen hat es über 20 Jahre gedauert, hat eine Menge Regisseure durchgemacht in der Zeit. Irgendwann sollte Viggo Mortensen hier der Star sein. Das war nur noch sogar zwei Jahre, bevor es dann schlussendlich realisiert wurde. Im gewissen Zeitpunkt waren mal Numi Rapace und Ben Kingsley. Als Anna und der Käpt'n besetzt, das war 2010. Also es hat eine ganze Weile gedauert. Rapace war dann raus, weil sie an Prometheus gearbeitet hat. David Slade, hier der Regisseur von Hard Candy, sollte mal Regie führen. Robert Schwenke war auch mal geplant. Also ja. Und das alles, um fünf Seiten von so einem Roman zu verfilmen. Das ist schon echt abgefahren. Ja, der Regisseur hat es selber beschrieben als basically alien on a ship. Das trifft es natürlich irgendwo. Ja, und was das Aussehen angeht, habe ich schon gesagt, dass das an Graf Orlog orientiert ist. Was kann ich noch erzählen? Die Demeter ist die griechische Göttin der Ernte und des Ackerbaus. Noch ein bisschen den Hintergrund wissen. Sehr schön. Passt ja auch irgendwie zum aktuellen Bauernstreik. Ja. Und dann fand ich aber ein spannendes Thema hier in TriviaFX, dass es wohl von Seiten SFX und VFX Querelen gab. Also die haben nicht gut zusammengearbeitet. Und das hat vor allem halt in der Pre-Production dann große Probleme verursacht, weil es plötzlich sehr viel mehr digitale Shots gab, als die ursprünglich geplant hatten. So am Ende waren es nämlich circa 1000 und das sollten halt höchstens die Hälfte sein. Das hat dann aber eben viel mit der fehlenden Absprache zwischen Maskendepartment und VFX zu tun. Deswegen, also die sind halt davon ausgegangen, dass viel mehr Practical Effects zum Einsatz kamen und dann aus welchem Grund auch immer ging das nicht. Und da gab es wohl eine beschissene Kommunikation und ich weiß nicht, wie viele Kompromisse die da machen mussten. Aber ja, wie gesagt, das meiste, was du so an CGI hast, ist halt natürlich nachts. Und dann gibt es schon so ein paar Sachen, die echt nicht optimal sind, aber so in der Summe, glaube ich, kann man damit leben. Ja. Das ist The Last Voyage of the Dimeter. Jetzt noch kurz Punkte. 6,1 sind es auf IMDb. MetaScore ist bei 52 und auf Letterboxd eine 2,7. Hast du gut getan, weil gestern oder vorgestern hat Febsi mir eine Nachricht geschickt, dass er den bestellt hat und diese Woche der ankommt und ob den irgendwer von uns gesehen hat und freut sich auf die Sichtung. Insofern passt das ganz gut. Ja, also kannst du auch bei Amazon, Apple oder YouTube leihen. So, Gäts muss anfangen. Ich sag 6. Wollte ich auch. Ich sag 5,5. Ich bin sogar nur bei 5. 5 noch. Ja. Schade. Hm. Tja. Don't take this the wrong way, but you have bad ideas. So, Gäts, jetzt darfst du. Dann mach ich das doch. Und kicke meine Zehnerziehung der Sonderlose an und bringe einen Film für unseren Kumpel Leutnant Ferrante, den er März 2023 reingeworfen hat in den Lostopf, gar nicht immer allzu lange her. Und jetzt hab ich den mal gesichtet, nämlich auch relativ aktuell unterwegs, wie eure beiden Projekte. 2022, Cha-Cha real smooth. Ja, mega. Slide to the left, slide to the right. Kennst du den Cha-Cha Slide? Kannst du den tanzen? Ja, ich kann den natürlich tanzen. Du kannst ihn tanzen. Aber viel imposanter ist wahrscheinlich, den Film zu gucken. Imposanter ist es, den Film zu gucken. Ich weiß nicht, ob das imposanter wäre, den Film zu gucken oder dich bei der Cha-Cha Slide Choreo zu beobachten. Ja, du weißt es nicht, ich weiß es. Du weißt es, okay. Okay. Lee, hast du mitgeguckt? Ich wollte es machen, ich habe es nicht mehr hinbekommen. Hast du nicht mehr hinbekommen? Nee. Mensch, Mensch, Mensch. Ich habe es angekündigt für das Protokoll, aber hat er nicht geschafft. Du kennst ihn aber? Ich habe ihn gesehen, ja. Wann hast du ihn gesehen? 2022. Und deine Reaktion nach zu urteilen? Ja, ich war für mich in der Top Ten. War in der Top Ten des ganzen Jahres? Von allen Filmen, die du gesehen hast, oder jetzt noch aktuell der Top Ten? Im Jahr 2022. Ah ja, okay, alles klar. Also von den besten Filmen, die da rauskommen. Den fand ich echt cool. Ja, war auch, glaube ich, so als Oscars-Nab in manchen Kreisen gehandelt. Ja, für mich auch. Bei manchen Kategorien oder als Hauptfilm sogar. Haben sich ein paar gewundert, dass er da nicht gelandet ist. Regisseur, Drehbuchautor und Hauptrolle. Cooper Rave, ein junger Mann, Jahrgang 97. Hat nicht allzu viel gemacht. Hatte vorher einen langen Film gedreht namens Shithouse. Den ich auch noch sehen will übrigens. Ja. Ist auf jeden Fall, kann man mittlerweile sagen, dass das ein interessanter Typ ist. Und hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, mir Shithouse eventuell mal anzugucken. Und dieser besagte junge Mann spielt hier auch den Hauptcharakter namens Andrew. Andrew ist 22, hat seinen College-Abschluss abgeschlossen, aber ist dann im Anschluss etwas orientierungslos gewesen, was er denn jetzt weiter machen soll. Und sein Plan ist es, Geld anzusparen, um seinem Girlfriend nach Barcelona hinterher zu reisen. Die ist dann nämlich schon mal vorgefahren und macht dort so ein Auslandssemester. Und er will dann dazustoßen. Um Geld zusammenzukratzen, arbeitet Andrew in einem Fastfood-Laden namens Meat Factory. Und steht dann an der Theke und verkauft irgendwelche Sandwiches. Und Andrew musste auch wieder zu seiner Mutter ziehen. Aus finanziellen Gründen, nämlich damit er irgendwie auch da Geld zusammenspart und nicht jetzt dumm jetzt irgendwie Geld irgendwie für eine Wohnung ausgibt. Und wohnt bei der Mutter und ihrem Freund Greg praktisch in ihrem Haus. Und teilt sich das Zimmer mit seinem kleinen Bruder David. Und diesen besagten David wiederum begleitet er auf eine Bar Mitzvah von einer Schulkameradin. Und der kleine David wird dann begleitet praktisch von seinem Bruder. Und die Eltern dort sind sehr entzückt von Andrews Skills, die Party anzuheizen und die Kids und Eltern zum Tanzen zu animieren. So, dass er dann auch weitere Engagement kriegt für weitere Bar Mitzvahs, wo er dann irgendwie so ein bisschen den Anheizer und den Partyhengst machen soll und wird dafür bezahlt. Also eine weitere Einnahmequelle, weil er nimmt halt alles, was kommt. Und auf dieser Bar Mitzvah lernt er auch die knapp zehn Jahre ältere Domino kennen und ihre autistische Tochter Lola, die da zugegen ist. Lola sitzt mit Kopfhörern da und spielt mit ihrem Zauberwürfel und die hat keine autistische Züge, sondern bei ihr ist auf jeden Fall diagnostiziert. Die ist schon sehr eigen und interagiert auch nicht mit anderen gerne wie die und wird deswegen auch natürlich auch gemobbt und gehancelt von den anderen Mitschülern. Domino engagiert kurz danach Andrew als Anführungszeichen Babysitter für Lola, damit sie nämlich auch mal was unternehmen kann. Sie hat nämlich auch mit psychischen Problemen zu tun und will sich da so ein bisschen ablenken und in der Zeit passt halt Andrew auf ihre Tochter Lola auf. Und Domino und Andrew vergucken sich so ein bisschen ineinander, obwohl man an der Stelle sagen muss, dass Domino verlobt ist und ihr Verlobter halt in einer anderen Stadt ist, dienstlich. Und nur immer sehr sporadisch zu Hause ist und ja, die beiden kommen sich näher, als der Verlobte mal wieder nicht in Town ist. Das ist erstmal die Rahmenstory, die eigentlich relativ unspektakulär klingt. Aber das, was den Film recht zauberhaft macht, ist die Machart und die Inszenierung und die Besetzung. Domino wird gespielt von Dakota Johnson. Die hat sich mittlerweile von ihrem Fifty Shades of Grey Image komplett gelöst, wie ich finde, weil die hat so mit Filmen wie Suspiria und Peanut Butter Falcon, hat die mittlerweile wirklich eine gute Karriere gemacht. Und hat halt schauspielerisch sich auch breit aufgestellt. Die ist sehr gut in dem Film und die ist auch optisch nicht so mein Typ, aber hier ist sie irgendwie echt sehr attraktiv und sehr hübsch irgendwie so. Und der Charakter ist halt super interessant von ihr. Die Eltern, beziehungsweise die Mutter, die leibliche von Andrew und von David, wird gespielt von Leslie Mann, auch nicht gerade ein kleiner Name. Und der neue Ziehvater, beziehungsweise der Freund von der Mutter, wird gespielt von Brad Garrett. Den kennen wir natürlich aus Everybody Loves Raymond in erster Linie. Auch ein bekanntes Gesicht. Ansonsten haben wir noch Royal Castillo. Der spielt den Verlobten von Dakota Johnson. Den hat man schon in Hustle gesehen bei Wrath of Man, war er am Start bei Army of the Dead, ist er im Cast und so weiter. Und warum ich Chacharismoose sehr mochte, ist, dass er sehr schön authentisch ist, viel Herz hat und umschifft halt einige kitschige Momente, die andere Filme vielleicht inszeniert hätten. Und wahnsinnig gut getragen wird das Ganze von einer bodenständigen, sehr sympathischen Performance von Cooper Rave in der Hauptrolle. Also der stemmt hier nicht nur Drehbuch und Regie, sondern spielt ihn wirklich sehr, sehr gut. Also diesen Charakter von diesem Andrew, dadurch, dass er halt nicht so richtig weiß, wohin will, ist halt komplett unter seinen Voraussetzungen, nee, nicht Voraussetzungen, unter seinen Möglichkeiten. Genau, er lebt hat unter seinen Möglichkeiten, weil du merkst, dass er total intelligent ist und dass er super empathisch ist und dass er voll was im Kopf hat und so. Und dass er eben nicht so ein Slacker ist wie in anderen Filmen, sondern du merkst, dass er eher unfreiwillig Slacker ist und dass er eigentlich arbeiten will. Aber irgendwie kommt er nicht so richtig aus dem Puschen. Und diese Darstellung von ihm trägt er über den kompletten Film. Toll ist auch die Chemie mit dem Bruder, die ist auch sehr herzerwärmend und auch die Chemie zu Leslie Mann, zu seiner leiblichen Mutter, ist großartig. Also irgendwie so, das ist so ein Feelgood-Movie. Die sind alle untereinander, haben die zwar so ihre Problemchen, aber irgendwie unterm Strich mögen die sich alle. Und das zeichnet halt Chachari Smooth aus, das ist halt so ein, halt das Gegenteil ist von diesen zynischen Filmen, die ab und zu mal rauskommen. Sondern hier hast du wirklich sich authentisch anfühlende Menschen und Charaktere. Insofern hat er mir sehr gut gefallen. Und was unterscheidet den jetzt von vergleichbaren Filmen? Also du meintest schon, dass er auf das ein oder andere Ding verzichtet, wo sich andere halt wahrscheinlich drauf gesetzt hätten? Zum Beispiel, ja. Aber sonst, audiovisuell macht er nichts anders. Audiovisuell wirkt er so ein bisschen wie so ein Indie-Film. Also er wirkt nicht groß, auch wenn einige bekannte Schauspieler mitmachen. Aber ist es doch auch, oder? Weiß ich gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Independent-Film. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mir auch das Budget hier nicht aufgeschrieben. Könnte sein, dass es ein Independent-Film ist. Auf jeden Fall fühlt es sich so an. Was ihn natürlich dann noch ein bisschen bodenständiger macht als so eine Hollywood-Glanzproduktion. Und das mag ich an dem Film sowieso, dass er nicht nur diese Kitschigkeiten umschifft, sondern dass er sich halt so aus dem Leben gegriffen anfühlt. Und das punktet. Wie siehst du das, Dave? Ja, voll. Mich hat er auch sehr, sehr positiv überrascht. Also der hatte einfach irgendwie auch immer zwischendurch so positive Messages oder hat in mir einfach so eine positive Grundstimmung ausgelöst. Und das ist halt nie mit einer Brechstange, sondern einfach aufgrund der, ich würde mal behaupten, Leichtigkeit, die da einfach rüberkommt, was vielleicht auch in der Marathon lag. Also viel, wie du schon meintest, der nicht irgendwie auf irgendwelche Klischees aufsetzen, sondern eben einfach mal mit ganz anderen Ideen zum gleichen Thema ums Eck kommt. Und das war das, was mit mir hängen geblieben ist. Soundtrack fand ich noch ziemlich cool. Der Soundtrack ist auch super, ja. Und jede Reaktion von den Charakteren, die hier mitspielen, ist halt nachvollziehbar. Ja, wirkt er sehr authentisch. Es wirkt authentisch. Es ist halt so, dass du nachvollziehen kannst, warum jetzt einer so reagiert, wie er reagiert von den Charakteren, die hier mitspielen. Und das macht er gut. Ja. Hab ja nicht viel Negatives von mir zu geben. Ist echt ein toller Film. Den Leuten an Verratti in den Ring geworfen hat. Insofern bin ich ihm sehr dankbar. Geht eine Stunde 47. Und das ist Chachari Smooth. Natürlich auch ein Song, der an einer bestimmten Stelle mit Choreo auf einen von diesen Bar Mitzvahs läuft. Deswegen der Titel. Abgeleitet vom Cha-Cha-Slide. Nicht zu verwechseln mit dem Buster Rhymes Song. Cha-Cha-Cha-Cha-Cha. Ja, sehr gut. Flip-Mode-Squad. Stimmt. Nee, nicht zu verwechseln mit dem. Ja, top. Ja. Ich freue mich, dass du ihn hier bringst. Ja. Das war für mich eins der Highlights so in 2022. War echt ein guter Kick-Off, der 10-Lose. Also so kann es gerne weitergehen. Insofern, danke Leuten an Verratti. Schönen Gruß dahin. Und da würde ich jetzt Punkte nennen. IMDb 7,3. Metascore 69. Und Letterboxd 3,8. Das klingt alles sehr niedrig gemessen an dem, was du erzählt hast. Ich darf? Als erstes. Nee, ich muss. Nee, du hast recht. Du fängst an. Sorry. Achteinhalb. Achteinhalb sagt er. Ja. Ich finde, das klingt sogar noch besser. Ich sag neun. Dave liegt richtig mit Achteinhalb. Okay. Du hast meinen Namen genannt, dann mach ich mal gleich weiter. Mach das mal. Irgendwann, ich hatte es glaube ich hier auch mal irgendwann im Podcast erwähnt. Und ich kam per U-Bahn zu Lee nach Hause für die Podcastaufnahme gefahren. Und da sprang mir irgendeine Schlagzeile ins Gesicht auf einem der Bildschirme, die da in der U-Bahn hing. Und mit The Frost ist jetzt der erste KI-Film raus. Und diesen Kurzfilm habe ich mir jetzt nochmal gegeben, um ihn hier einfach mal zu bringen. The Frost heißt der? Einfach nur The Frost, ja. Okay. Und das ist ein KI-Film, okay. The Frost aus dem Jahr 2023 mit 13 Minuten Länge. Tatsächlich ein Kurzfilm, ja. Und nicht irgendwie ein verkappter Langfilm mit eventuell 60 Minuten. 13 Minuten. 13 Minuten Länge und stammt von Waymark Creative Labs, die mit Sicherheit niemand kennt oder vorher kannte. Und ja, ich steige mal einfach in die Handlung ein. Es geht darum, die Menschheit ist irgendwie ja kurz vor dem Untergang. Klima hat sich so krass gewandelt, dass die Welt nahezu vollständig eingefroren ist. Überall nie Stürme existieren. Und man sieht halt so eine Truppe, Gruppe Menschen dann irgendwo in der Antarktis umherwandern und plötzlich ein Signal auf dem Empfänger aufscheint. Und den Ort des Auslösens dann anzeigt, wo die vermeintliche letzte Hoffnung der Menschheit wohl sein soll. Ja, irgendwo auf dem Gebirgsgipfel gibt es nämlich eben eine Station, wo irgendwas gemessen wurde und dort vermeintlich die Menschheit überleben kann. Und man dann kurz danach eben auch weitere Gruppen sieht, die dann eben auch dieses gleiche Signal empfangen und sich alle da auf den Weg dahin machen. Und dann teilweise unter so widrigen Bedingungen, dass beim Bergsteigen dann auch mal ein Seil gekappt wird und jemand in die Tiefe stürzt und dabei stirbt. Und kurz darauf dann auch ein Rückblick erscheint, was war denn überhaupt Ausgangssituationen, man eine UN-Vollversammlung sieht, wo natürlich alle möglichen Länder vertreten sind, und total happy darüber sind, dass die KI die Wetterergebnisse einer anderen KI nämlich erfolgreich überprüft hat. Und man müsse ja nur was initiieren, damit das Wetter sich nicht weiter verschlimmert, sondern eben die Menschheit überleben kann. Denn in letzter Minute ein Wissenschaftler eintrifft, der nämlich von einem unbekannten Absender eine E-Mail bekommt mit einem Link zu einem Video, wo dann irgendwie eine Blume aus dem Eis aufbricht und er sagt, nein, nein, halt, stopp, die KI lügt, wir dürfen der KI nicht vertrauen. Und niemand ihm aber glaubt und stattdessen dieser eine Knopf gedrückt wird und somit der Untergang der Menschheit nahezu besiegelt ist. Das ist so der Rückblick und somit eigentlich auch weitestgehend die Handlung dieses Kurzfilms. An welcher Stelle sind wir jetzt von dem Film? Wir sind so im zweiten Drittel bei diesem Rückblick. Zweites Drittel, okay. Ja. Wobei, so viel kann ich vielleicht vorwegnehmen, am Ende tauchte dann noch ein To Be Continued auf. Ach so. Ja, ich will jetzt hier nicht komplett alles vom Kurzfilm erzählen, vielleicht möchte ihn ja doch noch jemand auch gucken. Jetzt aber warte mal, das ist ein komplett KI-generierter Kurzfilm. Das dachte ich. Und das war auch so die Schlagzeile, so wie sie, ne, von der Welt. Ne, ich meine nur inhaltlich fände ich es halt hart bedenklich, wenn eine KI mit einer Story aufkommt, wo es um das Ausrotten der Menschheit geht. Und das ist jetzt, also mich hat einfach das Thema natürlich interessiert, weil mich auch, ja, auch im beruflichen KI-basierte Ansätze umtreiben. Ja, die Menschheit sowieso ja gerade sehr bewegt ist mit Schlagworten wie Chat, GPT und dergleichen, KI-basierten Chatbots und so weiter. Und ich misshiebe mir aus dieser Prämisse halt, ja, ich überhaupt auf den Film gekommen bin und eingestiegen bin und erst aufgrund der Recherche dann so vielleicht auch nur ansatzweise rausbekommen habe, was hier der KI-basierte Ansatz quasi ist. Also er ist höchstwahrscheinlich nicht inhaltlich, weil am Ende taucht dann mit Josh Rubin, den kannte ich vorher so gar nicht, hat bei IMDb auch nur ein paar unwesentliche Credits, als derjenige auf der Regie, Drehbuch und für die Produktion verantwortlich zeichnet. Okay. Dann gab es auch jemanden, der für einen Schnitt verantwortlich war, Robert McFalls, der hat eine Menge Assistant Editor Credits bei IMDb, ist auch kein Unbekannter, weil er für Outbreak, also hier der Film mit Dustin Hoffman, da war ihm Assistant Editor, Alf der Film, Darkman 3 und X-Faktor die Serie, also absolute seriöse Produktion. Geil, Alf der Film. Genau. Und auch dann diverse Leute als Schauspieler gelistet wurden und letztendlich wurden hier halt für die Produktion zwei KI-basierte Tools verwendet. Das eine ist Doll-E, das ist ein bisschen bekannter, weil das auch vor allem von vielen kritisch gesehen wird, weil das eigentlich so das Tool ist, womit auch Bilder mit künstlicher Intelligenz manipuliert werden. Also da, wenn es so heutzutage um Fake-Bilder geht und die Warnung davor, dann ist eben diese Software die Hauptursache quasi dafür oder im positiven Sinne die Software, die am meisten verwendet wird, um eben Bildinformationen zu manipulieren. Und zwar ist die, so wie ich es verstanden habe, also zum einen steckt da eben auch Open AI dahinter, die ja hinter Jet-GPT stecken. Doll-E, wie der Name vielleicht irgendwie vermuten lässt, leitet sich dann eben auch ab aus dem beliebten Disney-Film Wall-E und das D am Anfang steht halt für Salvador Dalis Nachname. Und soll letztendlich halt Textinformationen, eine Beschreibung aufgrund der verfügbaren Bildvisuelleninformationen dann eben in Visualisierung umwandeln. Und ergänzend kam dann noch, also Dolly ist so 2021 an den Start gegangen als erster Release und letztes Jahr, nee 2022, gab es dann mit Journey eine ähnliche Software, aber also nicht von Open AI, die letztendlich Kunst visuell erzeugen soll. Und das sind so die beiden KI-basierten Ansätze. Also will sagen, so von dem, wie ich es rein interpretiere und den wenigen Informationen, die das Studio auch auf seiner Website eben angibt, ist eben viel menschlich, was Handlungen, was auch die Basis für die Charaktere betrifft. Die wurden, also das waren letztendlich auch viele von dem Team der Macher, die haben dann eben auch als Schauspieler agiert, also sprich wurde wahrscheinlich eingescannt, um eben eine Basis zu haben für die Charaktere im Film. Also so wie es für mich jetzt im Nachhinein rüberkam, ist vor allem eben das Visuelle, das was die KI dann so gesteuert hat. Und das ist ganz cool gemacht, also der Film hat eine ganz coole, interessante Optik, es wirkt halt weitestgehend computeranimiert, mit Zügen, bei den Charakteren schon auch, also mit realistischen Zügen. So Polar Express mäßig, oder? Nee, das ist, wäre noch mehr Richtung Animation, wie du es sagst, also nee, ich überlege gerade, ob ich das am ehesten vergleichen könnte, also wie gesagt, die Charaktere waren dann schon so der Versuch, die möglichst realistisch rüberzubringen. Aber das ist nicht so Rotoskopie-Verfahren wie bei Scanner Darkly und so einem Film? Nee, 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 gar nicht, gar nicht vergleichbar. Okay. Und eher halt die Umgebung da in der Antarktis, da merkt man dann schon auch mehr die Computeranimation. Ist natürlich sehr triss gehalten, ja, viel grau, viel Blaustufen, paar Grünstufen, mehr Farben sieht man da eben auch nicht. Also die Optik ist schon ganz cool, inhaltlich ist natürlich eine ziemliche Gurke, wo ich aber vor der Recherche dachte, okay, der Inhalt kommt halt auch von der KI, ja, alles oder das meiste ist eigentlich inhaltlich irgendwie von der KI, inhaltlich und produktionstechnisch dann irgendwie gemacht worden. Und so kam es bei mir halt auch rüber, aufgrund der Schlagzeilen, auch in, ja, ich war dann auch im Bezug der Recherche, habe mir die Webseite angeguckt, die haben natürlich da auch, das war da titelgebend für dann irgendwelche Artikel, war letztendlich gar nicht so. Und das ist ein bisschen schade, weil das wird dem Film dann vielleicht auch nicht ganz so gerecht, ja, also wenn man vorher weiß, dass da natürlich dann auch ein Team an Menschen inhaltlich dahinter gesteckt hat. Und ich hätte mir den Film lieber so angeguckt, anstatt mit dem Ansatz, okay, das ist der erste KI-Film überhaupt, der hätte dann einen ganz anderen Geschmack hinterlassen für mich. Okay, aber du klingst jetzt ohnehin nicht wirklich begeistert. Also es waren einfach, ja, ich hätte der KI verziehen, dass da ein paar Logikfehler, ja, es ist ein Kurzfilm, 13 Minuten, wie gesagt, also so viel komisch laufen kann er nicht, aber da waren einfach ein paar Sachen, ja, da wird dann ein Seil gekappt und derjenige, der das Seil hält, das ist immer noch unter Spannung nach der Kappung, ja. Ja, es hat dann irgendwie, da gab es halt viel von solchen kleinen, kleinen Details, die mir das Ganze dann eben auch nochmal malig gemacht haben, schon während des Guckens, ja. In der KI hätte ich es verziehen, aber nicht eben für den Menschen dahinter, richtig. Okay, ja, aber klingt ja so, als wäre es zumindest gut, dass es schnell vorbei ist. Absolut. Und wurde auch im Sommer 2023 veröffentlicht, das Ding. Ich habe nirgendwo, nicht mal auf deren Website irgendwas gefunden, dass da jetzt nach dem To Be Continued das nächste Ding jetzt in Bälde folgen soll. Ganz ehrlich, ich hoffe, es bleibt bei dem Ding. Aber ist es denn, also kann man das jetzt als Abschluss ansehen oder ist es jetzt komplett offen? Nee, man wird da dann relativ... Wird nicht hängengelassen, aber? Ja. Okay. Es gibt eine Tendenz, die man da natürlich gut reininterpretieren kann, aber, ja, also inhaltlich jetzt auch überhaupt nicht weltbewegend, ja, allein mit dem Rückblick, die man sich alleine schon auch irgendwie aufgrund der Ausgangssituation herleiten kann, ja, inhaltlich auch nicht gerade eine große Leistung, die da geschaffen wurde. Oha, klingt ja bombig. Mhm. Jo, also wie du schon meintest, gut, dass man da schon nach 13 Minuten durch ist. War wie, aber? Eine Minute, ja, eine Minute... Schön, dass die Bandausen verwechselt sind. Nee, ich habe nur so zu dir geguckt, wusste ja niemand, wohin ich gucke. Hat er recht. War ein Scherz. Ähm, nee, also ich habe nicht mal einen IMDb-Eintrag gefunden. Letterboxd gibt es einen, aber da natürlich viel zu wenig, die dann irgendwie geguckt haben, um da eine Durchschnittswertung zu ermitteln. Mhm. Es gibt zwei Reviews, ja, also Clark Farmer schreibt, a film that uses Dole E2 to create its images, complete garbage. Immerhin hat dieser Review zwei Likes. Wie viele Sterne sind das denn, wenn er sagt, complete garbage? Ja, wahrscheinlich eine Null, würde ich mal sagen. Eine Null geht nicht, aber es muss ein halber sein dann. Na, ach, man kann gar keinen Stern... Nee, man kann, Lone kann man nicht geben. Sehr schwach. Gut. Leider, sonst hätte Lone Yet Not Alone auf jeden Fall, ich musste ihm einen halben Stern geben. Hat er nicht verdient. Ansonsten hat PJ geschrieben, lame, boo, corny und hat immerhin noch zwei Sterne vergeben. Wahrscheinlich hat er sich eher verklickt. Das war es mit irgendwelchen Bewertungen, die ich zu diesem Kurzfilm gefunden habe. Es gibt Neuigkeiten in Sachen Letterboxd übrigens. Ja, erzähl mal. In diesem Jahr kommen Serien dazu. Uh, Hammer. Also man wird im Laufe des Jahres auch Serien locken können, sämtlicher Art. Nicht nur abgeschlossene. Geil, Alter. Finde ich alle geil, aber ich finde es gut. Ja, ich finde es auch top. Warum auch nicht? Hat man da auch nochmal einen Überblick und statt das Ding und muss nicht eine zweite App aufmachen. Ja. Aber viele sagen natürlich, es ist ein Filmportal, was soll das? Und ich finde das nicht so geil. Mhm. Naja. Okay. Ja. Soviel zu The Frost, dem ersten KI-unterstützten Kurzfilm. Wird gereiert in dem Film? Nein. Auch nicht. Okay. Ich glaube, da würde die Kotze auch eher einfrieren, bevor sie den Boden berührt. Macht ja nichts. Wurde erstmal gekotzt. Wie pinkelt ein Eskimo? Gekotzt wird später. Na. Ja, das war jetzt ein Filmzitat. Ja, ist schon klar. Aus welchem Film nochmal überlege ich gerade? Otto. Ach ja, aus Otto, ja. Grüße nach Wien an der Stelle. Oh Mann. Die kam ja gerade nochmal das Kissen bewundert. Jetzt springt er weiter. Ja, aber wirklich. Ja, das sind bessere Themen als dieser Kurzfilm. Alles besser. Das klingt nicht gut. Wie soll man denn sowas raten? Ja, das ist echt schwierig. Wer redet denn? Na, ich muss anfangen, natürlich. Ich sag drei. Oh, hier kann ich mich absetzen jetzt. Jetzt hab ich die Chance. Jetzt hab ich die Chance. Mir schwebt eine andere Zahl vor. 1,5. Okay, damit liegst du näher. Es hat für zwei Punkte gereicht. Für zwei hat es noch gereicht. Einen Punkt für den KI-Ansatz, der andere Punkt für die Optik. Na, nein. Zwei Punkte hat er noch rausgeleiert hier, der Dave. Hast du auch so ein Highlight wie er? Oder kommt was Erfreulicheres? Ist auf jeden Fall schon mal ein paar Minuten länger. Ist nicht so schwer zu toppen. Geht 91 Minuten. Und ich bin drauf aufmerksam geworden, weil der dann doch jetzt bei vielen Preisverleihungen im Vorfeld zum Einsatz gekommen ist. Der war bei den British Independent Film Awards 13-fach nominiert, hat drei gewonnen. Dann war er aber halt in Cannes auch dreifach nominiert. Und da hat er den Assata Regal gewonnen. Darüber habe ich das mitbekommen, weil dann war er auch beim Europäischen Filmpreis gleich dreimal nominiert, einmal gewonnen. Und dann hat er wirklich sämtliche Festivals mitgenommen. Hamburg, Zürich, Melbourne, Stockholm und so weiter. Und läuft hier im Kino und heißt How to Have Sex. Ein Film von Film 4. Das ist ja hier die Film Dependance von Channel 4 aus UK. Und die machen ja schon auch gerne mal ein bisschen spannendere Sachen. Oder halt auch so ungewöhnliche Stoffe. Und das ist ein Langfilm-Debüt einer Regisseurin, die sonst primär Kamerafrau ist. Die hat 45 Credits als Kamerafrau, hat eine Menge Kurzfilme und Musikvideos vor allem gemacht. Hat als Regisseurin vier Credits, drei davon Kurzfilme und das ist jetzt hier ihr Langfilm-Debüt. Und war damit eben dann gleich bei sämtlichen Festivals nominiert. Also so gesehen ein guter Start. Habt ihr von dem Film mitbekommen? Ja, also schon mal was von gehört. Aber ansonsten keine Infos, worum es geht und wer da mitspielt. Die tun wir. Ja, es geht um drei Teenager-Mädchen, die eben aus England kommen. Und die haben gerade ihre letzten Prüfungen an der Schule durch und gehen jetzt auf Reise. Also das ist halt wirklich so das, was man irgendwie, ich kannte das früher mit hier, was war das, irgendein Ort in Südfrankreich, wo alle hingepilgert sind. So Malle ist ja auch irgendwie ein beliebtes Ziel oder wie jetzt in deren Fall hier, da fahren alle nach Griechenland. Witzigerweise wollte die Regisseurin das ursprünglich auf Mallorca drehen. Da gab es dann aber tatsächlich zu viel Mafia-Präsenz, weswegen sie dann davon abgesehen hat. Und so sind sie auf Mala gelandet, auf Kreta ist das. Und du siehst das dann auch in den Credits, also die hatten definitiv eine griechische Serviceproduktion, weil da sämtliche Posten mit griechischen Namen belegt sind. Und die scheinen da eine ganz coole Zusammenarbeit hinbekommen zu haben, weil dadurch, dass sie das auf Kreta gemacht haben, konnten die eine Woche zusätzlich drehen und konnten dann halt auch viele Komparsen, die eh vor Ort waren, gleich mitnehmen. Weil du hast natürlich hier auch viele Partyszenen und da sind dann eben sehr viele englische Touristen im Einsatz. Und wenn die eh schon vor Ort waren, hat das Ding, glaube ich, ganz gut in die Karten gespielt. Ja, jetzt sind diese drei Teenager-Mädchen eben wirklich mit der Absicht, wir werden hier über die Dauer unseres kurzen Urlaubs, werden wir Vollgas geben. Also saufen, feiern und idealerweise auch möglichst viele Typen abschleppen. Das hat mich stark an der In-Between-Haus. Mhm. Ja, aber da verrutschte das doch dann ziemlich, ne? Was meinst du mit verrutschen? Ne, die Handlung. War das dann nicht so, ging das nicht in so eine Horror-Richtung? Ne, das ging in eine absolut geschmacklose Richtung, ja. Das war nicht in einem anderen Film. Also In-Between-Haus, basiert auf einer Fernseher, die es auch in Amerika, äh, in England gab. Und die sind, glaube ich, nach Ibiza oder so sind die dann gefahren, um da irgendwie die Sau rauszulassen. Da ging es auch nur um Saufen und Frauen klar machen. Achso, aber die umgekehrte Seite. Ja, jetzt haben wir hier die weibliche POV. Ja, und die drei sind eben beste Freundinnen. Und die eine von denen, die hier im Fokus der Geschichte steht, Tara, genannt Tess, die hatte noch keinen Sex. Mhm. Und sagt sich, jetzt ist der Zeitpunkt natürlich gekommen, jetzt kann ich hier im Urlaub Vollgas geben, jetzt ist es endlich soweit. Und dann quatschen die natürlich auch so untereinander, machen dann so Spielchen, ja, die, die die meisten Typen abschleppt, gewinnt dann das und das und so und machen so ein bisschen Wettbewerb draus. Und das dauert auch nicht lange, haben sie dann in dem Komplex, wo sie da unterkommen, äh, Nachbarn sehen sie auf ihrem Balkon, der Typ gegenüber ist da mit irgendwie, äh, zwei Jungs und noch einer Freundin bei denen in der Wohnung und überall ist halt das Gleiche, ne, so alle Zimmer sind irgendwie belegt und überall wird gesoffen. Zum Rauchen sind sie meistens dann auf den Balkonen und dann wird da geschnackt und zusammengesessen und sich connectet und dann wird entschieden, wo man abends zusammen hingeht. Und dann stehen da halt diverse Clubs auf der Agenda und natürlich hat dann auch gleich jede der Mädels hat dann da so ihre favorisierte Person. Neben Tara gibt es nämlich noch Sky und M. Und M ist sowieso nur an Frauen interessiert, die hat dann aber auch relativ schnell eben in der gegenüberliegenden Wohnung eine Lady gefunden, die das sehr ähnlich sieht. Und die beiden Mädels, also die anderen, Tara und Sky, die haben dann das auf die Typen aus dieser gegenüberliegenden Wohnung abgesehen. Und dann ist bei Tara erst nicht so richtig klar, welchen der beiden sie besser findet und der eine, der sich ihr gegenüber eigentlich so sehr viel cooler verhält, das ist aber der, den sie uninteressanter findet. Und so landet sie dann bei einem, der das dann natürlich, auch wenn es dann zu dieser Situation kommt, entsprechend ausnutzt. Und darum geht es in diesem Film. Es ist im Grunde ein Film über Konsent und was das manchmal je nach Perspektive für ein Graubereich sein kann. Hatte es doch letztens erst. Ich? Letzte Woche. Als Thema mit... Ach so. Entschuldigung. Was? Von der Party weiß ich gar nichts. Ich habe zu viel gesoffen. Nein, ich meine als Thema im Film. Ja, das ist ja auch immer wieder mal Thema. Also ich... Welchen Film meinst du denn? Na hier mit der älteren Frau... Ach, wie hieß der denn nochmal, Alter? Jennifer Lawrence. Ältere Frau. Low Heart Feelings. Nein, 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 nein. Den du letzte Woche gebracht hast erst. Ja, guess, worüber habe ich letzte Woche gesprochen? Tja, das ist eine gute Frage. Du hast ja mehrere Podcasts aufgenommen, insofern... Ich google das schnell. Ältere Frau. Ich weiß nicht, welchen Film du meinst. Na die dann auch im Knast war. Sie kommt aus dem Knast zurück. Warum denn auch im Knast? Hier ist keiner im Knast. Die im Knast war. Sie wird dann rausgelassen. Er ist dann mittlerweile erwachsen. Die Frau, die auch... Ach so, ja klar. May December. May December war das. Ja, danke. Ja, also gut, jetzt ist es hier nicht mit so einem großen Altersunterschied verbunden, sondern es sind ja gleichaltrige Typen, aber es ist halt, also zum einen werden hier eine Menge Klischees bedient von Engländern im Ausland, im Urlaub, also das ist halt wirklich Vollgas. Und dann hast du natürlich so Situationen, wie das halt in solchen Partyorten dann ist, was so alle feiern, halbnackt und auf der Bühne findet parallel noch irgendein Saufspiel statt, wo es dann auch immer in eine recht sexuelle Richtung geht, natürlich sofort. Und in diesem Umfeld haben wir dann eben diese Situation und da geht es dann darum, inwiefern... Also zum einen, wie geht sie damit um, aber halt auch, inwiefern begünstigt das so eine Situation und ja, wie gehen alle Beteiligten damit um? Und das finde ich halt schon auch irgendwie witzig, weil es bei meinem Gucken echt aufgefallen. Bei Kids wurde das auch thematisiert. Da war es aber eine Szene und das Drumherum, weil du den Typen dann im Verlauf des Films ja schon auch besser kennengelernt hast, beziehungsweise das Szene ist ja recht gegen Ende, aber wird anders thematisiert. Ja, und da ist es halt nur ein kleiner Strang in einem ansonsten ja, einem Film, der noch sehr viel mehr erzählt und hier ist das aber der ganze Film oder der Aufbau dahin und und das ist es aber dann, finde ich, noch nicht mal eine Auseinandersetzung, die wahnsinnig tief geht. Das ist wirklich ein kurzer Ausschnitt, der Film ist auch nur der Urlaub, also die kommen an zu Beginn des Films und gehen gegen Ende des Films und ansonsten gibt es da keine tiefere Auseinandersetzung mit und klar gibt es so ein paar Dinge, die sich zwischen den Zeilen abspielen, aber ich fand das dann alles doch wahnsinnig unaufregend und mit viel Leerlauf bespickt, weil du dann halt wirklich Szenen hast, wo die beiden irgendwie oft bei sich da auf dem Balkon sitzen und sich eine Minute lang anschweigen und rauchen und von solchen Momenten gibt es aber recht viele und die erzählen mir nicht zwingend was über die Dauer, die sie gehen. Und das erzeugt bei mir dann eher Leerlauf, nicht, dass ich jetzt da durchgepeitscht werden möchte, aber ich finde so dieser suggerierte Tiefgang, wo dann irgendwie einfach nur lange geschwiegen wird, das ist, naja. Der Film ist echt auf der World of Helllist, der Hopeless Cinema, da ist der drauf. Ja und der ist auch wirklich in der Kritik, kommt der richtig, richtig gut an. Ist das so düsterer Stoff? Nee, es ist halt, es ist wirklich nicht so düster, weil es wird über weite Strecken einfach gefeiert. Wir sind schon sehr bei Terra und ihrem Versuch, diese Situation bestmöglichst wahrzunehmen. Aber, also es ist für mich schon auch ziemlich überhypt das Ding, weil ich erkenne nicht diesen genialen Film da drin. Es ist diese beiden Jungs, die jetzt hier noch im Fokus stehen, ich habe übrigens die ganzen anderen Schauspieler noch nicht, ich habe noch gar keinen Schauspieler erwähnt. Terra, weil die war eben auch nominiert hier beim Europäischen Filmpreis. Die wird von Mia McKenna-Bruce gespielt. Hat 35 Credits, also schon eine Menge gemacht. Kindling war glaube ich was, was man gesehen haben könnte. Vampire Academy war so eine Serie. Und Get Even, also die ist schon ganz gut im Business, weil die ist eigentlich noch nicht alt und 35 Credits ist eine Menge. Sky wird von Lara Peake gespielt, die hat 17 Credits, aber alles relativ unbekannte Sachen. Und M wird von Anva Lewis gespielt und das ist hier ihr einziger Credit und ihr Debüt. Das ist aber auch die kleinste Rolle in diesem Freundin-Trupp von den dreien, weil im Fokus stehen dann ja wirklich eher noch diese beiden Typen, Badger und Paddy. Und Badger wird von Sean Thomas gespielt, den hatten wir neulich erst, weil das einer der Jungs war bei Miss Peregrine. Und Paddy wird von Samuel Bottomley gespielt, den hattest du auch erst gerade in Tyrannosaur. Und das war einer der Jungs bei Get Duked, wo die hier zu viert über die Highlands ziehen. Ja, und insofern relativ klassisch, so von der Aufmachung her, was so britisches Independent-Kino angeht, was ich ja eigentlich sehr gerne mag. Hier finde ich das alles relativ aufgeblasen dafür, dass ich es relativ unspektakulär finde. Man kann den schon gucken, der geht 91 Minuten. Aber ein Riesen-Highlight war das für mich nicht. I see. Der ist okay. Mhm. Das ist mein Urteil. Ich bin okay, du bist okay. Ja. So, hat wie so ein Festival-Film sonst auch nicht die Welt gekostet und bisher auch noch nicht die Welt eingespielt. Also bleibt aktuell noch unter einer Million im Einspiel. Aber nachdem das ja jetzt bei diversen Preisverleihungen geklappt hat, werden die schon noch irgendeine Auswertung finden. Ist aber halt wirklich ein relativ typischer Festival-Film. How to have sex. Hm. Jetzt habe ich noch Punkte. Mhm. Die sehen folgendermaßen aus. Auf IMDb eine 6,8. Metascore ist aber bei 80. Und auf Letterboxd 3,6. So. Gäste darf anfangen. Fünfeinhalb. Ich bin bei einer Sechs. Ich bin bei sechseinhalb. Mhm. Mensch, heute ist ja mal ein bisschen Bewegung hier im Punkte-Raten. Mhm. Für unsere Verhältnisse. Läuft nicht, läuft nicht. Scheiß-Punkte-Raten. Scheiß-Punkte-Raten, ne. Ja, How to have sex. Also echt kein Highlight. Ja, klang irgendwie immer wieder danach. Vor allem ist irgendwie auch, ich finde den Titel fast ein bisschen verwirrend, weil das, also das beschreibt auch nicht, was hier geht, muss es ja auch nicht, aber das ist jetzt auch zu keinem Zeitpunkt so, als würde sie sich mit ihren Freundinnen darüber unterhalten, wie man das eigentlich machen müsste oder so oder was stattgefunden hat und was davon nicht dazu gehört oder weißt du so, das ist ja alles überhaupt, das wird alles überhaupt nicht thematisiert. Deswegen irgendwie auch noch ein bisschen verwirrende Titel. Ja, aber die Kritik feiert's. Mhm. So, jetzt Guess wieder. Klingt nicht so prall. So, jetzt, bevor wir den Eindruck erwecken, dass wir vielleicht so ein Gen-Z-Podcast sind mit den Projekten, die wir heute bringen, weil da ist ja alles, alles irgendwie, alles hochaktuell. Jetzt ein Western. Dann muss ich mal ein bisschen hier, muss ich mal die, äh, ein Klassiker bringen. Da gehen wir ins Jahr 1962, da ist der Film nämlich her, ist in strahlendem Schwarz-Weiß gedreht worden. Und es geht nicht ins Western-Genre, es geht ins Kriegsfilm-Genre. Mhm. Und haben mir da mal einen Film angeguckt, der nicht aus der ersten Reihe kommt, sondern, also jetzt kein Klassiker, den jeder kennt, äh, sondern ein Film, der gerade mal von nicht mal, von nicht mal, von nicht mal 3000 Leuten bei Letterboxd gelockt ist und der eher unbekannter Natur ist. Und der hört auf den Titel Hell is for Heroes, besonders, du, bei dir klingelt's, besonders gut gefällt mir, äh, gefällt mir, gefällt mir der deutsche Titel und die Untertitel. Die ins Gras beißen, heißt er auf Deutsch, Bindestrich, sie hatten keine Wahl. Stürmen, Siegen oder Krepieren. Geil. Das macht schon was her, oder? Stürmen, Siegen oder Krepieren. Okay. Ja. Die ins Gras beißen, das ist auch ziemlich geil. Einfach Hell is for Heroes, die ins Gras beißen übersetzt. Ja, der Regisseur ist ein großer, Don Siegel, hat hier Regie geführt, äh, das ist der Regisseur von Flucht aus Alcatraz, das ist der Regisseur von Dirty Harry, richtig. Und, ähm, wir haben demnächst seine 56er-Verfilmung von Invasion of the Body Snatchers, da war er nämlich auch der Regisseur. Und, äh, das Drehbuch stammt von zwei Herren, der eine ist Robert Pirosh, der hat an Drehbüchern mitgearbeitet, die auch schon sehr, sehr groß sind, zum Beispiel Night at the Opera, der gefeiert ist, eigentlich à la Marx Brothers Filme. Dann Wizard of the Oz war er uncredited als Drehbuchautor dabei. Of the Oz. Wizard of Oz, Entschuldigung. Verkocht sich, Mann. Ja, ich dachte, vielleicht ist das wieder mal irgendein Film, von dem ich noch nichts gehört habe. Nein, als ob du das dachtest, du wolltest einfach nur korrigieren, Fatzke. Fatzke sagte er. So, später hat er noch... Ich dachte, er wird sich heute bedankt für die Korrektur, ja. Später hat er noch... Weit gefehlt. Ruhe jetzt. Später hat er noch die V-Serie gemacht, äh, hier, äh, The Fugitive auf der Flucht, Bonanza, Waltons und so andere Geschichten. Und der zweite Mann, der an einem Drehbuch geschrieben hat, war Richard K., von dem sein bekanntester Credit, Drehbuch-mäßig, Man from Del Rio, das wiederum ein Western mit Anthony Quinn, den, äh, hab ich nicht gesehen. Was gibt's da zu lachen? Nein, nichts. Ein riesen Credit. Kennst du den Film? Doch, der Film ist schon bekannt... Ja, klar. Kenn sogar ich, also, ist schon ein bekannter Western, ja. Aber der einzige größere, wo er jetzt mit rein beteiligt war. Ja, ansonsten hat er auch so Fernsehere gemacht, eine Columbo-Folge und so, also jetzt nichts, nichts Weltbewegendes. Meinst du jetzt von dem Autor oder von dem, von Anthony Quinn? Nee, von K. Achso. Von Anthony Quinn hast du aber schon ein paar andere Filme gehört, oder? Die ganz gut sind. Freddy Quinn kenn ich auch, sein Bruder. Sein Bruder, Bruder von Anthony Quinn, Freddy Quinn, ja. Freddy. La Paloma, oh hey. Ja, habt ihr den Film gesehen? Nein. Habt ihr nicht? Hast du schon mal was von ihm gehört? Also, Dave wäre offensichtlich ja, und du liefst? Ich glaube nicht, nee. Glaubst du nicht? Okay, Zweiter Weltkrieg 1944. Wir sind in Lothringen. Das ist Lorraine, soweit ich das weiß, in Frankreich. Unsers. Genau. Und genau. Und Sergeant Pike führt eine zweite Gruppe eines Bataillons an, die nach sehr langem Einsatz an der Front auf Urlaub hoffen. Und zu der Truppe stößt dann auch ein Söllner, der ist Einzelgänger, er säuft und wurde degradiert, weil er besoffen mit einem geklauten Jeep einen General umgefahren hat. Das ist auch die bekannteste Rolle in diesem Film, das komme ich gleich dazu, wer den spielt. Diese Truppe wird im Laufe des Films natürlich dezimiert, wie in Kriegsfilmen üblich, weil nämlich so ein Artillerie-Stellungskrieg dann irgendwie gegen die Deutschen losgeht. Da haben wir dann so Schützengräben, da haben wir dann so Gefechte. Die deutschen Scharfschützen haben sich in so einer höheren Position in den Bunker verschanzt. Hier hat übrigens Spielberg für Soldat James Ryan aus Helles for Heroes geklaut. Weil das ist so ein Bunker, wo halt dieser Schlitz rauskommt und die müssen halt irgendwie diese Anhöhe hoch und werden halt links und rechts ständig erschossen so aus dem Bunker raus. Und ich dachte, das ist einfach der Realität nachempfunden, so wie es halt damals an der Küste dann war. Ja, das auch, aber trotzdem wurde die Szene und wie sie gedreht worden ist und wie sie aufgebaut ist. Es gibt schon große Anleihen. Es ist auch eines der Funfacts, dass tatsächlich Hanks und Spielberg sich an diesem Film orientiert haben, dass sie da ein bisschen geklaut haben. Erinnert schon sehr an James Ryan. Also wenn du die Szene an siehst, dann denkst du nicht so, ja, so war das damals, sondern du denkst, das hast du schon mal gesehen. Das ist quasi der Film. In der Truppe, dieser Elitensoldat Reese mit dem Alkoholproblem, gespielt von Steve McQueen. Hat er nicht so richtig Bock auf den Film, hat man auch, merkt man so ein bisschen im Laufe des Films. Ansonsten haben wir noch James Coburn in der Truppe. In der Truppe und Bobby Darin, der ja eher als Sänger bekannt war, hier Somewhere Beyond the Sea und so. Dann könnte man noch das Featured-Filmdebüt erwähnen von Bob Newhart. Das ist, ihr kennt es natürlich als Papa Elf aus dem Will Ferrell-Film, aber natürlich auch aus Big Bang Theory und Desperate Housewives und so. Auch ein Gesicht, was man auch in späteren Jahren noch gesehen hat. Der lebt noch. Einer der wenigen, die 50 Jahre später immer noch am Leben sind aus diesem Film. Ansonsten sind hier fast alle umgekommen. 60 sogar. Ja, stimmt, 60 Jahre. Ja, Matagini, hast recht. In 60 Jahren, das ist einer der wenigen, die noch leben. Hell is for Heroes. Und was ein bisschen erfrischend an dem Film ist, obwohl, nee, kommen wir erstmal zu den Fun-Facts. Der Film wurde gefilmt in Kalifornien, also weit entfernt von Frankreich oder Europa, bei 45 Grad. Alter. Und die mussten halt teilweise Winterklamotten tragen und so, weil die nämlich hier Winter 44 repräsentieren. Und deswegen haben die viele Szenen umgeschrieben, dass die dann plötzlich in der Nacht gespielt haben. Das heißt, es war gar nicht geplant, dass bestimmte Szenen in der Nacht spielen. Hat man aber jetzt aufgrund der Hitze, haben wir gesagt, wir drehen nachts. Und deswegen hast du hier sehr viele Nachtmomente mit Schwarz-Weiß. Merkt, fällt dann schon auf, dass nicht viel irgendwie tagsüber spielt. Macht aber natürlich auch Sinn, dass man vorrückt in Richtung Feind, wenn dann die Dunkelheit angebrochen ist. Insofern kann man das ruhig, kann man das vertreten. Paramount hat hier während des Drehs extrem die Handbremse gezogen, weil die Kosten nämlich explodiert sind. Und das ging so weit, dass die keine Filmrollen mehr zur Verfügung gestellt haben. Und dann gingen dem Film die Filmrollen aus und man munkelt, dass man auch deshalb am Ende eine sehr abrupte Szene hat, die dann irgendwie den Film zu Ende bringt. Und dann steht da die End. Also es kommt ein bisschen plötzlich, aber das feiern tatsächlich einige Leute. Dadurch, dass es ein recht plötzliches Ende kommt, was kommt, und halt nicht so ein gewöhnliches Hollywood-Ende. Also der hat es in die Wege geleitet, dass es immer wieder Filme gibt, die sehr abrupt enden. Ja, das stimmt. Jetzt weißt du, worauf es liegt. Es liegt daran, dass die Studios keine Filmrollen mehr beliefert haben. Also der Film ist in manchen Szenen recht kompromisslos. Das mochte ich. Aber der Film ist leider zu Recht unbekannt, muss ich an der Stelle sagen. Weil ich fand ihn unterm Strich langweilig. Also du hast ja damals diese epischen Kriegsfilm-Klassiker gehabt. Der längste Tag hatte ich hier, ich hatte hier die Brücke von Arnheim hatte ich noch nicht. Aber das ist zum Beispiel auch einer aus der Riege. Oder ein Westdienst Neues hatten wir neulich. Und das Ding ist, all diese Filme haben so eine ebbrale Laufzeit von drei Stunden. Hell is for Heroes geht 90 Minuten. Wer weiß, wie es geändert wäre, hätten die weiter Filmrollen geliefert, ne? Weiß ich nicht. Also der hier hatte in der Hälfte Laufzeit von diesen genannten Filmen mehr Längen als besagte andere Filme. Deswegen war für mich kein Highlight. Irgendwie wirken auch alle sehr gelangweilt hier von Stephen McQueen über die anderen Kandidaten. Insofern ist das vielleicht ein einigermaßen solider Vertreter des Kriegsfilm-Genres. Aber da sind natürlich Leute, die man gerne sieht, den jungen Stephen McQueen und so als Söldner. Aber es ist ehrlich gesagt kein Highlight, was man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Ja, als du den Filmtitel erwähnt hast, der uns bei mir dann klingelte, hat sich dann auch bei mir erst im Nachgang offenbart, warum es geklingelte. Ich habe den in irgendeiner Stephen McQueen DVD-Box, ist der Film drin. Ach, darf ich nicht. Deswegen aber noch nicht geguckt. Ah, okay. Und wahrscheinlich, ja. Darf es ihn mit enthalten. Auch nur deshalb präsent und nicht, weil der irgendwie mal groß referenziert wurde oder sonst was. Das klingt ja auch nicht so, als müsste man ihn gesehen haben. Nein, überhaupt nicht. Der hat sich auch mit einem der Drehbuchautoren angelegt. Dann wurde der Auto irgendwie nach Hause geschickt von dem Projekt. Also der soll wohl dann, da sollte ein Credit entfernt werden. Und dann hat der sich aber doch noch durchgesetzt, dass sein Credit genannt wird. Und das hat Stephen McQueen ja nicht geschafft. Und allgemein hat er sich recht isoliert von der Crew, was natürlich zu seiner Rolle gepasst hat. Weil er ist ja da auch so ein Einzelgänger und da ist ja so ein Typ, der so ein bisschen hehlermäßig unterwegs ist. Und der sagt so, ey, als er zustößt, geht er zu ihm hin und sagt so, ey, ich kann dir alles besorgen. Wenn du irgendwas brauchst, sagst du mir Bescheid. Und das Einzige, was Stephen McQueen halt da sagt, sitzt da auf seinem Bett und sagt, beat it. So von wegen, hau ab, lass mich in Frieden. Und so war er wohl auch hinter der Kamera. Hat sich da komplett irgendwie von seinen Kollegen ferngehalten und war da nicht groß kollegial. War das bei Great Escape nicht auch schon so? Also, weil da spielte er doch auch so ein Einzelgänger und ich meine, das war beim Dreh auch so. Möglich, dass da auch so war, ja. Ganz der Method-Ector. Der soll ja auch nicht einfach gewesen sein. Der war optionstechnisch kurz davor, ne? Das stimmt. Von wann ist Gesprengte Ketten? Von 1960, glaube ich. Anfang 60er. Ja, der ist von 62. Also wer weiß, was er da für eine Lebensphase hatte. Ähnliche Zeit. Ja. Und das ist Helles for Heroes oder die ins Gras beißen auf Deutsch. Mhm. Und sag nochmal den ganzen Titel. Der war doch, ist doch legendär eigentlich. Sie hatten keine Wahl. Stürmen, Siegen oder Kripieren. So ein bisschen das Motto unseres Podcasts. Ja, das ist die Frage, wer heute was macht. Könnte unser Titel sein. Also was das Kripieren angeht, da siehst du, bekommst du dir Sachen noch am nächsten heute mit deiner Bewegung. Danke. Bisschen problematisch, weil ich bin wahrscheinlich dann auch der, der siegt. Das könnte auch sein, ja. Unter Umständen. Wobei, aktuell sieht es bei Dave ganz gut aus. Bei Dave sieht es gut aus, okay. Mich hast du schon abgeschrieben demnach. Ja. Aber wir haben noch einen gemeinsamen Film. Stimmt. Da geht noch was. Da geht einiges, ja. Ja, Helles for Heroes, ich komme zu den Punkten. IMDb 6,9, hat einen Metascore von 76 und Letterboxd 3,5. Dave darf anfangen. Du bist bei einer 6 gelandet. Nee, ich sag 5. Wie wieder mit seinem Treffer. 5 ist richtig. 5 ist korrekt, für mich hat es leider nicht gereicht, obwohl große Namen, das ist kein Ja, aber jetzt ist Dave gleich auf, das war nett. Mit Ansage. Siehst du, hat er meine Voraussetzungen ein bisschen angepasst hier. Sehr schön. Mit Ansage. Ja, weil jetzt kommt der gemeinsame Film. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der gemeinsame Film und der ist... Unstrung, Love. Genau, der ist aus der Episode für unseren Kumpel Nils. Ja, dann liebe Grüße an Nils. Du hast auf jeden Fall deinen Teil dazu beigetragen, dass wir hier jetzt so langsam, aber sicher dann doch die Filmografie des Herrn Paul Thomas & Insen vervollständigen. Ja. Der gute Paul Anders hat wohl gemerkt. Ja. Ja. Freut mich sehr, dass du dein Aggressionsproblem mittlerweile in den Griff gekriegt hast. Dafür schon mal Respekt hier meinerseits. Normalerweise rastet der immer aus, wenn ich sage, der gute Paul Anders. Das ist schon wieder diese Scheiße. Er kann die Aussagen nicht ausrassen. Er kann... Wir sehen es halt nicht. Sei froh. Er kann nicht. Ja, ja. Innerlich koche ich. Ja, ja, genau. Er wollte dir das schon an den langen, aber er weiß ganz genau... Zum Glück besprechen wir ihn heute wohl. Körperliche Einschränkungen werden hier ausgenutzt. Ja, ja. Ich habe auch schon gewitzelt. Wir können dich nachher noch so richtig nerven und einfach hier in der Altaufbude... Ne, wegrennen. So im Kreis rumrennen. Super. Riesenidee. Meine Idee war dir irgendwas zuzuschmeißen. So Bälle, irgendwelche Bälle zuschmeißen, die du anfangen musst. Auch schön, ne? Ja. Okay. Ich merke schon, du bist ja da mit meiner Physiotherapie interessiert. Voll. Nett von euch. Ja, Punchdrunk darf uns schon den Grüßen an Nils erstmal und wir raten. Ja. Wer muss? Wer möchte anfangen? Auf jeden Fall nicht. Ich liege hin. Du kannst dich dahingehend rausreden. Gut, dann wage ich es und sage, Dave ist bei 8, Gess bei 8,5. Dann mache ich weiter. Gess ist bei, ich mache es genau umgekehrt, Gess ist bei einer 8, du bei einer 8,5. Ich sage, Lee 8,5 und Dave eine 6. Ich muss mich absetzen. Edgy. Naja. Zuzutrauen wäre es ihm. Mal gucken. Sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob du die Info hast. Ja, ja. Aber ich erinnere mich, dass Classic Dave Adams Händler nicht mag. Ja, da hast du nicht ganz Unrecht. Ja, super. Mit sowas wartet er immer, bis wir getippt haben. Profiler. Ja, ja. Okay. Na dann. Dann wird es natürlich schwierig. Ja, wobei, ich kann vielleicht ja auch sagen, obwohl ich mich wahnsinnig schwer tue mit Adam Sandler, dem ich trotzdem eine Menge Respekt abgewinnen kann, aufgrund seiner Produktionsfirma und seinem Erfolg im Business. Ist das ein Film, den ich auch in meiner Filmsammlung habe? Punch Drunk Love. Das ist ja auch kein typischer Adam Sandler Film. Nee, warum nicht? Das ist richtig. Könnte ja ihm vielleicht mit rein spielen. Ich finde, man muss ja schon auch ganz klar differenzieren zwischen den Filmen, wo Adam Sandler mitspielt, wie dieser hier und Uncle James und so weiter oder einem Adam Sandler Film. Ja, ja, das stimmt. Gerade so seine Madison-Produktionen, die sind ja, das ist ja eine andere Tonalität meistens. Ja, ziemlich. Aber es ist schon lustig, dass Paul Thomas Anderson mit der Ankündigung in Cannes nach Magnolia für Gelächter gesorgt hat, als er gesagt hat, als ich gefragt habe, was ist dein nächstes Projekt? Er hat gesagt, er will irgendwas mit Adam Sandler machen. Und alle dachten so, der macht halt einen Scherz. Und war kein Scherz. Sein großer Wunsch war es, mit Adam Sandler und mit Daniel Lewis Filme zu drehen. Und das hat er auch beides verwirklicht. Hatte die eigentlich Last Exit Grino hier auch mal gebracht? Ja, der hat die geboren. Okay, cool. Das ist der einzige, den ich als Langfilm, den ich von ihm noch nicht kenne. Ach krass. Ja, der hat auch noch eine Lücke geschlossen, weil Inherent Vice hat er noch nicht gekannt. Ah ja, okay. Den hat er rezentiert. Ja, wir kommen da gut voran in der Filmografie von dem Herrn. Cool, cool. So, mache ich mal die Story. Adam Sandler spielt Barry. Barry Egan. Barry hat sieben Schwestern. Insofern hast du vielleicht ein paar Parallelen zu deiner Kindheit gesehen, Lee. Und jetzt aber weniger, weil der ist sozial nicht so richtig kompetent unterwegs. Er hat keine Freunde. Hat manchmal seltsame Ideen. Er kauft nämlich für 3000 Dollar Pudding, weil dort auf dem Etikett für jeden Kauf halt irgendwie Flugmeilen gut geschrieben werden. Und hat dann vor, so Loriot-mäßig mit dem Druckerpapier, hat dann vor, damit weite Reisen zu tätigen. Und zudem hat Barry auch ein kleines Aggressionsproblem, wenn ihn Dinge emotional aufwühlen, muss man an der Stelle sagen. Dann reagiert er sich an irgendwelchen Gegenständen ab, die in der Gegend liegen. Und hat öfter mal Ausraster oder schmeißt dann die Scheibe irgendwie bei seinen Schwestern ein, weil die ihn da gerade, weil die ihn gerade demütigen. Und reagiert er so ein bisschen über. Ein bisschen. Um seine Einsamkeit zu bekämpfen, ruft er bei einer Sex-Hotline an. Und das hat auch noch Folgen im Laufe des Films, weil die Dame am anderen Ende der Leitung nämlich mit ihren Brüdern noch mehr Geld von Barry erpressen will. Und da gibt es auch die eine oder andere Konfrontation. Und dann lernt Barry eine Arbeitskollegin seiner Schwester kennen und lieben. Und die heißt Lena. Und die wird gespielt von Emily Watson. Und zwei Leute aus dem Boogie Nights-Cast hat er auch noch mitgenommen. Nämlich Philipp Simo Hoffmann spielt noch mit. Und Louis Grusemann, der spielt so seinen Chef- und Arbeitskollegen in seiner Firma. Ein Chef nicht. Nee, Chef nicht. Im Gegenteil, ne? Ja, genau. Ja, was machen die eigentlich? Import-Export. Import-Export. Oder so richtig kommt nicht raus, was da letztendlich produziert wird. Nee, ich glaube, die produzieren nichts. Die vermarkten. Die verkaufen an und verkaufen dann wieder. Wie die Borker. Das gute alte Import-Export. Das klingt schon ein bisschen danach. Würdet ihr zur Handlung noch was ergänzen? Nee. Nicht? Nee. Okay. Also ich fang mal an. Ich find halt, dass Paul Thomas Anderson nach diesen Riesen-Stories mit diesen vielen Charakteren, was so Boogie Nights und Magnolia angeht, macht er hier halt alles anders. Er hat halt so eine kleine schräge Love-Story inszeniert, die sich fast ausschließlich auf zwei Menschen konzentriert. Was schon ungewöhnlich ist, weil normalerweise hat er so ein Riesen-Ensemble in seinen Filmen. Und das fand ich schon interessant. Und was dieser Film richtig gut macht, ist, dass der einen wahnsinnig guten Score hat und auch eine super Kamera. Und das einhalt so ein bisschen an diese 50s, 60s Hollywood-Romanzen. Wenn die Kamera so ranfährt, weißt du, bei einem Kuss oder so, das wirkt so wie so ein Cary Grant-Audrey Hepburn-Film aus den 50ern, 60ern. Also die Kamera meinst du jetzt, aber nicht den Score, weil der Score war ja eher atypisch, finde ich. Nee, der Score hat auch in manchen Momenten, hat der dann so Geigen und so hin und her, wo du denkst, hat mich krass, war ein alter Hollywood-Film. Das stimmt schon, wenn die da die Straße lang schlendern und dann hast du so ein Gefühl, so eine Threadist der Musical-Musik, die dann einsetzt und so. Ja, das geht schon in die Richtung. Also ich weiß, was du meinst, weil er hat da in manchen Momenten so ein bisschen atonale Momente, wenn er sich auch nicht so wohl fühlt. Das stimmt, ja. Und wir haben ja in der, jetzt muss ich rechnen, nee, das ist überwogen die Episode, am Sonntag haben wir ja in der Supporter-Episode über die Mondmann geredet, über Man on the Moon mit Jim Carrey. Und Jim Carrey hat ja mit der Truman Show und der Mondmann auch so plötzlich eine neue Facette gezeigt und das, finde ich, macht hat Thomas Anderson auch mit Adam Sandler bei Punch Drunk Love, indem man sich hier, indem man hier so eine Rolle gibt, die ja so noch nicht gespielt hat und die halt nicht blödelig daherkommt, sondern die halt irgendwie... Es ist halt eine Liebesgeschichte, das ist schon alleine ungewöhnlich, so, weißt du. Und das finde ich schon sehr interessant. Wie geht's euch? Also, ich mochte den früher auch. Ich habe den sogar immer so ein bisschen verteidigt, weil ich Leute kannte, die den voll doof fanden. Und ich glaube, das waren aber primär Leute, für die das kein typischer Adam-Sandler-Film war. Und die wollten aber einen. Die sind ins Kino gegangen und haben gesehen, Adam Sandler spielt die Hauptrolle und war entsetzt. Oder dann aber auch die andere Fraktion, die halt Boogie Nights so einer der größten Filme ist, die dann hier so ein bisschen enttäuscht waren. Und zu der Fraktion zähle ich mich schon auch so ein bisschen. Also wie gesagt, früher, ich habe den schon auch immer verteidigt. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass das ein guter Film ist. Aber für Paul-Thomas-Anderson-Verhältnisse finde ich den schwach. Vielleicht sogar, weil er so viel kleiner ist und ich deswegen aber manches nicht auserzählt finde. Weil ich finde, wenn du dich schon so auf diese zwei Figuren konzentrierst, ich hätte gern noch mehr Hintergrund oder Auswirkungen über sein Problem. Weil das ist so, wie sie sich in ihn verliebt, nimmt sie das eher so ein bisschen quirky wahr. Und so wie es sich anfühlt, wie sie das hinnimmt, ist das so eine süße Abart von ihm, die sie irgendwie mitnimmt. Weil sie ihn halt zu dem macht, was er ist. Dass das aber auch irgendwo eine krass gefährliche Komponente hat, so seine Unberechenbarkeit mit seinen Gemütsschwankungen. Solche Geschichten finden hier halt gar nicht statt. Deswegen ist es halt schon so ein bisschen eine sehr, so ein bisschen eine verklärte Liebesgeschichte, die sich halt auf diese beiden konzentriert und wie sie sich finden. Aber ich finde halt eben gemessen an dem Schaffen von ihm sonst, ist das super oberflächlich. Auch wenn der jetzt nicht, der erzählt ja selten jetzt irgendwie das krasse Psychogramm von irgendwelchen Leuten. Aber oftmals kriegt er irgendwie mehr bei seinen Filmen. Und vielleicht hat das auch mit der Lauflänge zu tun oder whatever. Aber das ist auf jeden Fall was, was mir auffällt, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, dann gibt es eben auch Charaktere, die zu kurz kommen. Allen voran natürlich Philipp Sübenhoffmanns. Und dann fand ich es auch spannend zu sehen, was aus der Erinnerung noch hängen geblieben ist von dem Film. Und das, was dominiert, ist das, was mir jetzt halt einmal erneut super klar geworden ist. Alter, ist dieser Film blau. Ja. Blau. Der Film ist so blau. Blauer Anzug. Alter, der ist so blau. Du hast ganze Szenen, die komplett in blau getaucht sind. Und das ist so krass. Dieser Film ist von vorne bis hinten blau. Mhm. Und das aber nicht mal so, dass ich sage, geil, ist eine schöne Handschrift, sondern es ist zu viel. Mhm. Der Film ist mir zu blau. Das Color Grading gefällt dir nicht. Ja. Mhm. Daran hatte ich mich gar nicht so sehr gestört. Ich habe den einmal gesehen und weil du das davor meintest, du hast dich halt gefragt oder wieder aufgerufen, es ist immer oft hängen geblieben. Bei mir ist relativ wenig hängen geblieben. Oh, und der Shot, der aber auch das Plakat ist, wo du die beiden in der Umarmung hast, in der Silhouette, was ein superschöner Shot ist. Ja, voll. Und es ist clever gemacht, weil du ja das, was sich dann dahinter im Licht befindet, wieder erkennst und von ihnen beiden und dem Raum, in dem sie sind und den Durchgang, in dem sie sich befinden, nur die Silhouette hast. Das ist echt ein sensationeller Shot. Ja. Also klar, auch hier, der Film, wie gesagt, ist gut und der hat auch ein paar sehr, sehr schöne Shots. Ich habe nur andere Filme von ihm irgendwie deutlich lieber. Ja, das geht mir genauso. Ja. Also der hat für mich echt wirklich krasse Meisterwerke geschaffen, The Will You Blatterich. Diverse Male gesehen, zehn Punkte, ja, Boogie Nights für mich auch ein absoluter, absoluter Klassiker. Der Seidene Faden mochte ich auch sehr, den hat man, glaube ich, auch damals zusammen im Kino gesehen. Ja, die Kuritsche Pizza mochte ich auch, mochte ich auch sehr. The Master fand ich auch, so von der Atmosphäre her echt, echt cool gemacht und die Geschichte, die da erzählt wurde. Magnolia auch nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme. Ja, das weiß ich auch. Also der hat Dinger geschaffen, alter Schwede. Und hier, inhaltlich war der Film, ja, ist gut, aber ich weiß nicht. Also wie Gäsch schon im Kopf hatte, ja, ich kann halt null, wirklich null was mit Adam Sandler, Schauspielkunst anfangen. Wobei, ja, finde ich, was er hier macht, ist echt ganz cool. Ja, für mich hat es halt nicht funktioniert. Ich gucke ihn an, gucke in sein Gesicht und kann ihm halt null was abgewinnen. Und egal, welche Facette er da aufzeigt, ja, mir ist da wenig aufgefallen, was er da vielleicht nochmal im Vergleich zu anderen Filmen nochmal hier zusätzlich macht. Aber hast du denn jetzt auch die anderen hier, Uncut Jams und diesen Film, wo er zum Beispiel mit Jamie Foxx... Mit Jamie Foxx, welcher war der ist? Nee, war das der, wo er auch so einen psychisch Kranken gespielt hat? Rain on Me hieß der. Nee, nicht Jamie Foxx, das war Don Cheadle, glaube ich. Ja, den habe ich auch gesehen, ja. Konnte ich auch. Den mit Seth Rogen magst du auch nicht? Funny People. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Wahrscheinlich habe ich da... Es gab ja schon einige Filme, wo er so... Der ist schon auch richtig. Ja, voll, ja. Die Optik von Anka James mochte ich. Auch die Story war krass, ja. Aber nee, also es ist wirklich ein... Tut mir ja irgendwie leid, weil wie gesagt, ich wertschätze den sehr für das, was er erreicht hat und auch leistet. Was für mich hier super funktioniert, ist, dass ich ihm halt glaube, dass er so stumpf ist oder so eingeschränkt mit seinen Kommunikationsmöglichkeiten, dass er dann auch in dem Moment, wo er sich wirklich in sie schockverliebt, dass das dann auch so einen krassen Fokus bekommt. Weißt du, dass er dann das Telefon mal kurz aus der Wand reißt, weil er gerade mit ihr irgendwie dran war. Oder so, diese Faxen. Auch super geil, wie er sich entscheidet, dann nach Hawaii einfach zu fliegen. Ja. Und er sagt zu seinen Kollegen so, ich fliege jetzt nach Hawaii. Und die so, okay, cool, good for you. Ja, guten Flug und so. Weißt du, so kurz gestutzt und dann so, ja, let's go. Weißt du, hin und her, do it. Alter, der Film hatte auch, das für mich war, hat echt gute Momente. Leute, alleine die Situation mit, wie du schon meintest, der zu kurz hier kommt, Philipp Simon Hoffmann. Alter, die sind echt legendär, Alter. Shut up. Allein deshalb kann man sich den Film auf jeden Fall, also kann ich mir den Film auch nochmal angucken, aber. Wir haben ihn gesampelt. Ja. Will you shut up, shut up, shut, 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 shut up. Die Szene geht normalerweise noch ein bisschen länger. Aber ja, für mich ist einfach nur abschließend, ganz kurz noch meine persönliche Meinung. Für mich hat halt in dem Sender das Ding irgendwie kaputt gemacht. Oha, okay. Wow. Nee, da bin ich weit von entfernt. Also ich bin bei euch, das ist definitiv nicht einer der ganz Großen von Paul Thomas Anderson. Wollte er, glaube ich, auch nicht machen mit dem. Sondern natürlich kommt er nicht an Boogie Nights und Magnolia ran und wie sie alle heißen. Ähm, aber es ist trotzdem eine gute Fingerübung von ihm und echt eine quirky Romanze, die sich halt sehen lassen kann. Und dadurch, dass halt nur 90 Minuten knapp geht, anderthalb Stunden, ist es halt nicht diese Charakterstudie und dieses Ensemble-Ding, wo du weiter in die Tiefe gehen kannst und wo du das Ganze ein bisschen epischer aufziehen kannst. Sondern es ist halt wirklich nur diese kleine Geschichte zwischen diesen beiden und dieser Liebe, die ihn dann halt auch so irgendwie zu einem viel größeren, kräftigeren und mutigeren Menschen macht. Das ist auch eine geile Szene, wie sich ihm dann stellt. Der hat auch ein paar wirklich schöne Details. Also ich finde es, wie oft bei Paul Thomas Anderson, der Einsatz der Musik, der ist immer so an der Grenze zum zu offensichtlichsten. Aber funktioniert er halt auch verdammt oft echt gut. Was ich super fand, ist, als er in Hawaii ankommt und sie anruft und neben ihm ist diese Straßenparade und er ist an diesem Münzautomaten auf der Straße. Und dann wird es währenddessen dunkel, während des Gesprächs. Und in dem Moment, wo er sie endlich dran hat, geht das Licht an von dem Telefon. Ja, stimmt. Fand ich so ein schönes Detail, weil das halt in dem Moment, wo wir ihre Stimme hören, ist so eine halbe Sekunde danach geht das Licht an und es ist so gleich so mörderintim dann. Die Chemie war auch gut zwischen diesen beiden, weil Emily Watson halt nicht zu hübsch ist, weißt du, dass man jetzt irgendwie da so eine, so wie seine Du Barrymore oder ihn, wo du denkst, das ist so teilweise ein Mismatch so in seinen Filmen, aber Emily Watson und er, das passt halt irgendwie so. Ja, auf die sie das spielt, diese Faszination an ihm, so, das macht sie super. Genau. Und ich sehe das so, also weil du vorhin gesagt hast, dass das ja auch eine psychische Krankheit ist und dass sie so, dass das so ein bisschen, wie hast du es formuliert, dass es so ein bisschen verschönt ist oder verklärt. Verklärt, ja. Sie steht da drüber, so habe ich das gesehen in dem Film. Das heißt, sie will ihn halt haben und sie will ihn halt so an ihrer Seite haben, so als Freund so und deswegen, sie sieht ja diese Schlägerei von ihm und wie er dann ausrastet und so hin und her, aber es ist halt so, das interessiert sie alles nicht, weil das hat nichts mit der Person zu tun, in die sie sich verliebt hat. Insofern finde ich das schon ganz interessant, wie das geschrieben worden ist, dass das eben, das ist für mich nicht verklärt, sondern das ist für mich so, die Liebe ist halt größer als diese kleinen Macken, die er hat oder diese psychischen Probleme oder was auch immer. Ja, ich meinte ja vorhin, sie nimmt das ja einfach so in Kauf. Ich finde auch so, wie sie es inszenieren, ja, erzählen die eben auch, dass sie halt schon erkennt, dass das ein Teil von ihm ist, aber das ist halt akzeptiert. Und ich finde es halt nur krass, wenn du halt so ein Problem erzählst bei einem Typ, dann bringt das eben auch so die eine oder andere Gefahr mit sich, die halt hier null thematisiert wird. Ja gut, dann wäre es wieder so ein psychologisches Drama, wenn man da jetzt noch in die Tiefe gehen würde und das jetzt... Eben, das meine ich. Das ist halt die Sorte für den Film. Unterm Strich ist es ja irgendwie ein Märchen, genau. Ja, ja, genau. So eine Märchen-Aftromatik. Und da in dem, was der sein will, finde ich den auch voll süß. Der ist eben, die Beziehung zwischen den beiden, das funktioniert total gut. Ja. Und ich gucke den nach wie vor gerne. Aber er hat ein bisschen verloren. Nee, er hat nicht verloren. Ist einfach nicht, ja, wie wir schon gesagt haben, ich finde andere von ihm halt stärker. Ja, gut. Nee, weil du meintest, ich glaube... Naja, weil du meintest, du hast den, ähm... Ja, du hast den als Referenz genommen und ihn dann in Schutz genommen. Ja, nee, ich meinte, früher habe ich den vor anderen Leuten immer verteidigt, weil die den so krass zerrissen haben, weißt du, weil die den so scheiße fanden. Und ich habe gesagt, hey, das ist trotzdem ein guter Film, so, auch wenn es kein typischer Adam Sandler-Film ist. Also vielleicht sogar deswegen gerade. Weil das wäre ja ein bisschen weird. Aber das würdest du immer noch machen. Ja, total. Das verteidigen. Ja. Ja, das ist leider so, dass der Film dann, äh, wie Lee vorhin meinte das, da viele Leute ins Kino gerannt sind, die hat neun Adam Sandler, neun Adam Sandler-Komödie erwartet haben. Und dann das. Und dann das. Deswegen hat er auch nicht mal irgendwie das eingespielt, was er gekostet hat, die 25 Millionen, sondern knapp drunter gelandet. Also es war auf jeden Fall kein Hit. Ja. Aber auch der Film hat, hat seine Fans. Also es gibt viele, die ihn sehr gerne mögen und ich zähle mich da auch dazu. Schön. Alright. Wollen wir zahlen denn? Oder habt ihr noch was? Ne, hau mal raus. IMDb-Spanner 7,3, Punch-Strong-Love, Metascore 78 und Letterboxd 4,0. Hört, hört. Und das ist einer von den beiden Filmen mit Adam Sandler, die in der Criterion Collection drin sind. Also da ist er auch drin gelandet. Den anderen haben wir auch schon erwähnt. Ja. Ich glaube auch der erste Film, ähm, hab ich gelesen, ähm, wo Roger Ebert sich positiv über einen Adam Sandler-Film geäußert hat. Also das war, alle, die da vorkamen, hat er kein gutes Haar dran gelassen. Hm. Und sag mal, Dave, es gibt keinen Adam Sandler-Film, den du geil findest. Leider nicht. Klar, als ich echt, Billy Madison, ja, als ich jung war, fand ich den auch dann mal lustig, weil ganz schön drüber. Ja, der ist voll gedacht, das Waterboy und so, das ist voll dein Humor. Happy Gilmore, Alter. Ja. Ja, Happy Gilmore gerade, ey. Ja, ich muss mir die nochmal geben, ja. Also die, auch hier, klar, musste ich ihn gucken, aber wie gesagt, er ist ja auch in meiner Sammlung gelandet. Ich hätte ihn sowieso irgendwann nochmal ein zweites Mal geguckt. Mhm. Aber, ja, leider, wie ich schon meinte, hat es dieses Mal nicht funktioniert, bei den Filmen. Wiss ich. Ja, das ist leider einer der Filme, wo ich natürlich auch geguckt habe, den upzugraden. Mhm. Weil ich nur die DVD habe und dann noch Blu-ray, aber die ist ja auch mittlerweile scheinerteuer und auch überall out of stock. Also die kriegst du gar nicht. Ja, die Blu-rays zahlst du 30, 35 Euro für. Uff, okay. Ja, wobei, bei Criterion, wenn die die rausbringen, zahlst du sowieso schon 30 Euro bei Release. Also. Ja, gut, klar. Aber die sind schon auch sehr liebevoll gestaltet. Ja, voll. Ja, da lohnt sich, da lohnt sich jeder Cent, wenn man den Film mag. Auf jeden Fall. Da bin ich ja mal gespannt, wo Dave schlussendlich gelandet ist. Ja, soll ich mal anfangen? Ja. Schieß mal los. Also analog zu Letterboxd auch eine 4, aber eben von 10 und nicht nur von 5. Was? Also 4 von 10 Punkten. Wieder maximal verwirrend. 4 von 10 Punkten. 4 von 10, Alter. Alter, was? Will you shut up? Shut up! Shut, 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 shut up! Ja, Mann. Also wirklich. Alter, wie sehr muss man denn Adam Sandler hassen? Nein, ich hasse den ja gar nicht. Naja, der geht doch eigentlich anders, Alter. Du kannst doch nicht diesem Film mir 4 von 10 Punkten geben. 4 von 10, Alter. Das ist ja Frevel, Alter. Wenn ich ihn hassen würde, hätte ich mich geweigert, den nochmal zu gucken. Sogleich. Okay. Okay, ich bin bei 7,5. Du bist bei 7,5. Was ich schon niedrig finde für einen Paul Thomas anderen Film. Ja, frag mal mich, Alter. Ja. Die genannten, das sind für mich alles, gut, Inherent Weiß hatte ich damals eine 8, glaube ich, aber die anderen sind alles für mich 9 bis 10 Punkte Filme, Alter. Mhm. Gut, das konnte niemand ahnen, ey. Wie fandst du das Lied, wie fandst du hier The Good, The Bad and The Ugly mit Clint Eastwood? Für mich 10 Punkte Filme. 10 Punkte. Und wenn jetzt Clint Eastwood von Adam Sandler gespielt worden wäre, die Rolle? Dann wäre es schwierig. Wären es keine 10 Punkte. Wow. Okay, okay. Na gut. Wenn Adam Sandler jetzt James Bond wäre statt Daniel Craig, wären die Filme dann schwächer für dich? Hätte ich nicht geguckt. Hätte ich nicht geguckt. Ich glaube, ich weiß, wie der Hase läuft. Ja. Oh je. Krasser Scheiß. Nein, mir tut es ja wirklich, mir tut es ja ernsthaft leid. Aber ich kann dem leider einfach so gut wie nichts abgewinnen. Ja. Deinem Schauspiel kann ich so gut wie nichts abgewinnen. Aber der Film ist doch, also. Das muss ich mir jetzt mal merken, Alter. Also die 4 Punkte auch in der Lens-Stelle und ich mag es, Alter. Die, ja. Echt, ja? Ja. Das ist hart. Sorry, Nils. Ich entschuldige mich im Namen aller Beteiligten. Wieso? Ihr beide, ja. Ihr seid doch, es ist ja nur Zufall, dass ich heute mit dabei bin und der Film jetzt hier mit rankommt. Ja gut, das stimmt. Also das Wichtige ist ja, wie ihr bewertet. Das stimmt, ja. Ja, zu trotzdem ein bisschen weh, hey. Also 4 finde ich hart. Aber gut, es sei dir gegönnt. Guess, wo bist du denn schlussendlich gelandet? Beinahe 8. Beinahe 8. So, dann hab ich ja nochmal sensationell verkackt jetzt auf die letzten Meter. Ja, konntest du ja wirklich, ja. Guess war ja gar nicht so weit entfernt. Naja, auch 2, ne? Aber ich halt 4. Ja, dass du so viel abwertest, hätte ich jetzt nicht gedacht, Alter. Naja, nee. Ich dachte, selbst für einen Adam Sandler, Hassan, muss der Film noch ein bisschen was gewinnen. Oh, wow, Alter. Ich nehm halt mal kurz 4,5 Miese mit in der Runde. Das dürfte es damit auch gewesen sein. Oh, okay. Hat sich Dave jetzt in den... Naja, bei gestern 3, das könnte echt gut sein, ja. Weil Dave hat jetzt halt nur einen Miesen in der Runde. Dann rechne mal. Und ich werde in der Zeit erwähnen, für diejenigen, die sich fragen, ob... Ich weiß nicht, Dave der einzige Gast ist, der sich noch nie hertraut. Nee, ist er nicht, weil Hakan kommt nämlich in der nächsten Episode zu uns von Wir quatschen über Filme. Cool, Alter. Gibt sich mal wieder die Ehre. Und mit dem reden wir über einen Film-Noir-Klassiker. Rattenest wird der gemeinsame Film werden. Ham, ja. Kiss Me Deadly für unseren Kumpel Jens Mann. Das an der nächsten Episode, also wer Bock hat, da mitzugucken. Das erwartet euch dann am Dienstag. Ja. So viel als kleiner Teaser. Haben wir ein Ergebnis. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Du hast Glück gehabt, Jess. Weil zwischen uns ist es jetzt echt nochmal erstaunlich knapp geworden. Okay. So, warte mal. Eins, zwei, drei. Ja. Du hast sechs Miese. Oha. Ich hab sechseinhalb Miese. Ich hab dich überholt. Nee, ich hab dich überholt. Nee, ich meine ja. Gut, okay. Ja, wie man's nimmt. Ich meine, ich bin jetzt besser am Ende als du. Genau, mit einem halben, weil ich hätt's halt, du hast halt drei Miese aus der letzten Runde. Ich hab viereinhalb. Alter. Durch Dave und seinen absurden Tipp. Weißt du jetzt, warum der gemeinsame Film am Ende kommt? Ja. Verstehst du? Ja, ein riesen Plot-Twist. Ja, und Dave hat das mal so easy und entspannt gewonnen, weil der hat drei Miese. Dave hat drei Miese. Tja, das ist auf jeden Fall sehr deutlich. Glückwunsch. Wir haben unseren ersten Kandidaten für den Lostop. Ja, gratuliere. Classic Dave hat's gemacht. Eine Gratulation von dir von Herzen. Ja. Gratuliere. Gewonnen mit minus drei. Sie auch. Sie auch. Nicht gerade weltbewegend. Ach, guck mal. Nicht rumreich. Das hätte doch alles nach Plan laufen können, dann hätte ich jetzt hier entspannte, zwei Miese und hätte gewonnen. Ja, aber da waren wir also bis zum letzten Projekt gleich auf. Nach Plan läuft es selten, ja. Und mein erster Sieg in der regulären Episode in diesem Monat. Und wir haben Mitte des Monats. Ist auch nicht sehr rumreich. Tja, ja, so viel dazu. So sieht's aus. Das war doch wieder ein Spaß. Das war wieder lustig. Aber ich hab gar keine Filmedien für den Lostop, nachdem, ja, wahrscheinlich ein, das letzte Los von euch sowieso schon vorher geguckt wird, ich mein eigenes Los gegriffen habe. Ja, mach doch mal was von Adam Sandler, weil dann kannst du selber auch mitgucken und dann wird's wieder lustig. Wir werden jetzt nicht jede Woche drei Lose aus dem Lostop ziehen, du hast mich jetzt schon zusatzlos verfrachtet. Ja, das ist eine gute Idee mit einem Adam Sandler-Film. Ich werde mich nochmal mit dem, weitergehen mit dem Typen beschäftigen. Vielleicht kannst du nach der Stephen King Serie jetzt eine Adam Sandler Serie bei uns lostreten. Wir hatten auf jeden Fall nicht alles. Fängst du mal so mit seinen Frühwerken an, vielleicht sogar mit dem Stand-up-Gedöns? Mhm. Und dann so Happy Gilmore und Billy Madison und Co. Ja, klar. Die alten Dinger kenne ich ja schon. Dann bringst du hier im Doppelpapp, bringst du die Kampfmaschine. Den alten und den neuen. Ja, Mann. Guter Plan. Nee, ich mag ja auch nicht alles von ihm. Also so Waterboy und so war mir dann auch, das war mir zu viel. Aber so, was Lee meinte hier, Happy Gilmore und so, The Wedding Singer, das sind schon Filme, die mag ich gerne. Und auch so seine, seine Drew Merrimack-Kollabes, Fifty First Dates und so war doch auch nett. Ja, den mochte ich. Ach, den mochte ich. Den mochte ich. Okay. Siehst du? Gut, ich habe die ganze Zeit gesucht. Das ist doch, aber der ist so typisch Adam Sandler und eben verdammt harmlos dabei. Ja, irgendwie schon. So wie Big Daddy, den fand ich auch irgendwie so ein Mörder-Harmlos. Ja, aber vielleicht ist es halt die Frage nach der, wie authentisch kommt es bei mir an. Und hier war halt wenig. Dem fand es authentisch, Fifty First Dates. Wie eine Loku fast. Authentischer als Punch Run. Authentisch in dieser Love Story. Ja, ja. Authentischer in der Love Story, Alter. Komm, Digga. Ich drücke lieber die Outro. Jetzt kommt noch Spanglish, oder wie hieß der? Oh, ne. Den fand ich auch ganz nett. Ey, was ist mit Sohan? Oh, der war auch gut. Sohan macht dich auch gerne. Ja, Sohan war so geil, Alter. I want to cut hair. Aber der hatte doch eher eine Nebenrolle, oder? Was? Das ist die Hauptrolle, Mann. Der ist Sohan. Ah, okay. Fucking Sohan. Der Film heißt, leg dich nicht mit Sohan an und er ist Sohan. Also wie, was für eine Nebenrolle. Rob Schneider ist die Hauptrolle. Rob Schneider ist die Hauptrolle in allen Adam Sandler Filmen. Ne, ich hatte tatsächlich Ben Stiller irgendwie im Kopf, aber der hatte dann eine Nebenrolle in dem Film, oder? Plot Twist. Ja, das kann sein. Was? Ben Stiller bei Sohan? Wirklich? Also ich weiß, dass Kevin James da mitspielt. Der sitzt doch am Ende da in dem Publikum. Ja gut. Ansonsten Ben Stiller könnte sein. Ja, Sohan mochte ich auch. Den mochte ich auch. Ja. Immerhin. Na siehst du. Gab es nicht auch Sohan 2? Ne. Nicht, dass ich wüsste. Zumindest nicht mit Adam Sandler. Vielleicht hat es... Das war nur noch Rob Schneider. Das war nur noch Rob Schneider. Rob Schneider und Pauli Shaw haben einen zweiten Teil von Sohan mitgespielt. Boah, Alter, mit so alten Pauli Shaw-Komödien, da kam bisher auch noch niemand an. Da hat sich auch niemand getraut. Aber im Losdorf sind ein paar. Ah ja, doch. Ja, ja, doch. Neulich hat doch einer hier... Stimmt, Biodome, ne? Biodome und diesen Army-Film mit ihm. In the Army now. Ja, der ist auch im Losdorf. Ich glaube, Atomom. Atomom ist der Beste, Alter. Was der da reinschmeißt, ist unfassbar. Ja, okay. Der hat auch noch Auftragsmacht. Ich hab Schiss. Da holen wir dann Dave wieder dazu. Da holen wir den Pauli Shaw und sowas. Wenn wir Adam Sandler als Auftragsfilm haben oder Pauli Shaw, dann holen wir dich auf jeden Fall dazu. Ja, das ist klar. Perfekt. Sehr gut. Gut, jetzt aber sind wir durch für heute und dann beenden wir die Misere hier. Ich möchte vor allem Adam Sandler grüßen. Ja, grüßen zum Abschluss und der wird sich freuen. Der wird auf jeden Fall die Folge mehrfach hören. So sieht's aus. Habt ihr noch was? Nein. Na denn. Tschüss. Peace to you. San Francisco. Bewegt Bild Banausen.